Meine Güte, diese mistigen Raptora-Gitter wollen nach 3 Stunden Kloppen immer noch nicht droppen, ich gebe es auf. Einige davon sind wirklich unglaublich reudig. Ich glaube, Raptora, wie auch Orniden, wie auch Vespiden, sind so mit die reudigsten, die man haben kann. Zumindest sind das mit die schlimmsten, die ich so farmen musste, aber den Großteil habe ich ja zum Glück von Mavrid zugeschickt bekommen. Deswegen hielt sich das in Grenzen, aber denkt dran, die kann man verticken. Wenn es euch also wirklich so sehr zum Hals raus hängt, dass ihr sagt, scheiße, scheiße, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, dann könnt ihr im Zweifel zwar auch ins Aha gucken, je nachdem wie selten die sind, wird es natürlich die in ein oder anderen Goldtaler kosten, ja. Aber dann spart man sich zumindest ein bisschen Zeit bei den zureudigen Farms, das geht in der Regel auch. Yuji, mit 7 Monaten, vielen Dank. Dankeschön, Agrano, hi. Gucken wir mal, wie die Grüppchen heute aussehen. Das sieht ja total bescheuert aus. Können wir die alle in eine Gruppe fusionieren oder... Hier sind Heiler drin. Wir gehen mal mit zu den Heilern. Und ich bin immer noch als einer von ihnen gelistet. Toll, jetzt habe ich schon umgespeckt extra auf Tank. Werde immer noch als Heiler wahrgenommen. Das ist irgendwie mein neues Ich anscheinend. Das gibt kein Entkommen, Leute, ob ich will oder nicht. Der Heiler ist jetzt ein Teil von mir. GG Neblowski mit dem vierten Monat. Dankeschön. Vielen Dank. Habe es endlich geschafft. Gestern war volle Hütte, weil ich meinen Geburtstag nachgefeiert habe. Jetzt weiß ich, wieso ich immer alleine bin. Die Lautstärke ist echt ein Endboss. Ja, vor allem wenn man es dann länger nicht hatte. Ich freue mich auch schon sehr auf die nächste größere Familienfeier. Aber gleichermaßen, holy fuck, habe ich die letzten Jahre in völliger Isolation, Lul, habe ich auch so ein bisschen die Stille genießen gelernt. Wenn man dann mal wieder Geburtstag hat, am besten noch im familiären Kreise. Und hier ist noch ein Kind und da ist die junge Cousine und da ist der ältere Cousin. Und der hat noch ein Kind und eine heilige Scheiße. Das ist dann irgendwie auch Stress. Dann hast du Stressfeiern. Darum habe ich mir ja angewöhnt zu feiern, erst abends zu kommen. Da sind die Kinder dann in der Regel schon ausgepowert oder schlafen oder wie auch immer. Das ist genau die Feier, auf die ich Bock habe. Moin, Siva, Livella, hi. Also bei mir ist heute der vierte Tag mit Switch. Und ich mache gerade den vierten Schrein. Bin ich durch, dann bin ich 80 und Rentner. Diese Steuerung macht mich körre, aber es macht echt Spaß. Botwell for the win, auf jeden Fall. Zelda hatte ich ja auch sehr viel Freude mit. Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Generell für uns PC-Kinder, die Maus und Tastatur gewöhnt sind, dann irgendwie umzuswitchen. Umzuswitchen auf Controller. Egal welche Art. Ich meine, die Switch ist ja nochmal ein bisschen spezieller, ja, mit diesem Controller ab und nicht und zusammenstecken und so. Aber auch wenn ich mal irgendein Anime-Game über Steam zocke, ne, nehme ich ja auch so einen Xbox-Controller. Und da erst mal klar zu kommen, dann hast du am besten gerade parallel noch was auf der Playstation. Dann sind ja die Tasten auch irgendwie andersrum, ne. Wo Kreis ist, ist X und nicht und... Ach, Junge, ganz, ganz mystische Geschichte, ja. Also mit Controllern werde ich schon irgendwie warm, aber immer eher notgedrungenerweise, ne. Guckt mal hier, alle haben nur zwei Bosse im LFR die Woche. Ich war nur dabei, mein Schild zu farmen. Ich will ja endlich dieses bekackte Schild von den Schreckenslords. Droppt nicht. Es droppt einfach nicht. Das Ding ist an sich, wie es scheint, inexistent. Und ich soll das einfach nicht kriegen, ey. Ich war als Tank drin, war als Heiler drin, als DD drin. Natürlich mit passendem Loot-Spec nicht ein Teil bekommen, Junge. Nicht mal irgendwie den Heiler-Schmuck von Anduin oder so. Gar nichts. Aber dafür hatte ich schlimme Tries. Ich glaube, bei vier von fünf Runden lag keiner der Bosse im ersten. Junge, richtig schlimme Vibes. Das eine Mal wurde die Barriere bei Anduin ignoriert. Das nächste Mal wurden die Ads nicht unterbrochen. Da war es super clean. Mega viel Schaden. Keiner kickt die Ads. Sie haben auf einmal fünf Stacks. Alle fallen um. Ich denke, wah. Was denn jetzt passiert? Also weiß ich nicht, was da los war. Aber es waren sehr schlimme Runs. Den einen habe ich ja so ein bisschen dokumentiert auf Twitter. Vielleicht habt ihr es gesehen, ne. Da haben dann der Todesritter-Tank und ich versucht, über den Sagenschatz so ein bisschen zu kommunizieren. Weil ich das Gefühl hatte, dass kein Schwanz den Rage-Chat ließ. Und da war dann unsere Hoffnung, oder meine zumindest. Ich unterstelle ihm mal, dass das ähnlich war bei ihm. Dass wenn wir im Sagenschatz schreiben, bei dem ein oder anderen vielleicht so eine Sprechblase aufploppt. Und dadurch rafft das vielleicht manch einen. Da haben wir immer geschrieben, Barriere. Jetzt rein. Auseinander. Mit den Kugeln bitte nicht mit Gold und Gold zusammenlaufen. Einige dachten, die müssen da so memorymäßig die Pärchen zusammenführen. Nein, ins Gegenteil, bitte verkehren den ganzen Bums, ja. Und dann haben wir so ein paar Ansagen gemacht. Und dann kam die Zwischenphase. Der Lichtking manifestiert sich. Ja, der Überrest von Arthas. Anduin setzt sich in die Mitte, ist fast immun. Und da muss man ja spotten beim Seelenfetzer, ne. Sonst deckt er hoch und erhöht den erlittenen körperlichen Schaden um 100, 200, 300 Prozent oder so ein Scheiß. Ja, und unser D-K hatte fünf Stacks davon. Also, der war leicht am schwitzen, könnte man sagen, ne. Und dann hat er immer geschrieben, spott doch ab, spott doch bitte, alter. Ja, und er hat gespottet, der andere Tank. Aber halt Anduin. Junge, da war ich auch kaputt. Da dachte ich so, Bro, okay, vielleicht ist es ein erster Fight, vielleicht bist du überfordert, aber wie kommst du denn auf die Idee? Wenn alle auf den Lichtking switchen und Anduin in der Mitte sitzt und einfach gar nichts macht, außer sowas zu sagen wie, ja, gebt die Hoffnung nicht auf, wie kommt man dann auf die Idee, wenn der andere Tank schreit, Anduin zu spotten und nicht Arthas. Das war so toll. Da habe ich wirklich laut gelacht. Das passiert selten. Meistens, vielleicht kennt ihr das, wenn man ein nices Meme sieht oder so einen stabilen Tweet, dann kommt so dieses Lachen aus der Nase. So Luft aus der Nase ausstoßen. Ja, so Lull, ne. Aber da musste ich richtig laut kekieren, kekieren und lolieren gleichermaßen und dachte, heilige Scheiße, das kann doch nicht sein, Junge. Ja, immer öfter mal was Neues hier im LFR, ne. Holy Shit, ja. Und so sahen im Grunde die ganzen Tris aus. Also, dann waren wir bei den Schreckenslords und wir kennen es ja auch aus unseren Tris, ne. Zusammenlaufen, lila und grün, damit sich die Flächen quasi aufheben. Junge, da laufen die mit grün, weil die es verstanden haben, zu denen mit lila und die mit lila rennen einfach vor den Weg. Ey, weiß nicht, ob die alle getrollt haben? Ich glaube es nicht, ja. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das Trolle sind. Ich hatte gestern einfach sehr viele neue, unerfahrene, müde, besoffene, bekiffte, was auch immer Spieler dabei, die nicht so klarkamen auf ihren Konsum oder ihre Existenz. Und wenn ich dann aber schreibe, Leute, wegen euren Plays verzögert sich die Cannabis-Legalisierung, dann sind sie plötzlich alle wach. Also das klappt zuverlässig. Und das war schlimm zu beobachten, Junge. Das war so schlimm, wie die Leute sich bemühen, das richtig zu spielen und dann rennen die anderen aber weg vor denen und heilige Scheiße. Und dann vorne ins Millicamp mit den Voids und nicht, alter. Also da habe ich Dinge gesehen. Ich bin froh, dass ich dann jedes Mal rausgehen konnte, sogar musste, ja, um meine Nerven zu schonen, weil ansonsten wäre Rügelon vermutlich auch ganz traurig geworden, aber von dem habe ich glücklicherweise alles. Junge, ich mache drei Kreuze, wenn ich diese chillt habe, ne. So, wenn das droppt, alter, es ist wirklich belastend. Die ersten Wochen LFR waren so schön, weil da halt alle drin waren. Ja, vom Mythisch-Raider bis zum LFR-Newbie-Boy. Und das hat sich wunderbar ausgeglichen, weil alle wollten ihre T-Teile. Mittlerweile wegen der Schmiede, ne, kein Problem. Läuft eigentlich wunderbar, aber braucht man halt den LFR nicht mehr und dementsprechend sehen die Gruppen mittlerweile aus, ne. Und ich habe schon gesagt, ey, ein so ein Try noch, ein so ein richtig verkackter Try. Und ich erkläre schon immer kurz im Chat, was man machen muss, ne. Und ich mache mir Makros für jeden Boss. So. Ich mache mir Makros für jeden Boss und poste das. Und wenn es dann nur zwei, drei Leute mehr raffen mit Talondros und nicht, dann habe ich schon gewonnen, ja. Dann habe ich schon viel gewonnen. Holy shit. Craft is elite im LFR. Ja, ich weiß, was du meinst. Manchen ist es echt zu schwer zu lesen oder mal kurz in den Chat zu schauen. Ja, es schadet, ne, weil es geht ja, und das sehen wir bei uns immer wieder, es geht ja eigentlich sehr schön und reibungslos, ne. Aber da hat anscheinend auch nicht jeder Böcke drauf. Wie die Hexe gestern weggelaufen ist bei den Schreckenslords, obwohl die einen hatte, ja, es war ganz mystisch, ne. Oder auch dann AOE gedrückt. Dann kommt diese Infiltrationsphase bei den Lords und die Leute rasten aus. Ey, der DK hat seinen Atem von Syndragosa gezogen. In der Phase, wo seine Mitspieler angreifbar sind. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Hunter mit Sperrfeuer, BM mit Multishot. Und ich denke, da, fuck, Bro. Junge, du killst halt deine Mitspieler, bist du bescheuert. Es ist wirklich ganz, ganz ätzend gewesen. Ja, aber steckst du manchmal nicht drin. Freunde, ich würde sagen, wir machen den ein oder anderen Jaina-Skip-Run, oder? Und dann könnten wir in der zweiten Hälfte überlegen, wenn auch ein paar mehr da sind, ob wir vielleicht einen Städte-Raid nochmal machen. Hatten wir jetzt auch länger nicht, ne. Ich bin mir nicht sicher, wie viele da noch die Erfolge und das Bärchen brauchen. Aber vielleicht wäre das auch eine Idee, ne. Dass wir da auf entspannten Sonntag mal ein bisschen durchrödeln und gucken, wie es in unseren Ali-Städten so aussieht. Weil je nachdem, wie Dragonflight oder vielleicht auch Pre-Patch irgendwas verändern, sind ja Erfolge nicht mehr so leicht zu kriegen wie jetzt, ne. Was, ich sag mal, Scaling oder auch Anführer generell angeht. Und deswegen sollten wir das, glaube ich, noch ein paar Mal mitnehmen, bevor es dann soweit ist. Ich meine, ist natürlich auch ewig hin, ne, bis Dragonflight und Co. Aber wir wissen andererseits, die Zeit rennt, ne. Die Zeit rennt. Darum würde ich sagen, erste Hälfte, paar entspannte Jaina-Skips. Vorausgesetzt, wir kriegen ein paar entspannte Gruppen voll. Und zweite Hälfte, nach Giveaway und Co. Könnte ich mich bitte einfach porten. Dankeschön, liebes Druidentum. Ja, da schauen wir, was unsere blauen Freunde so machen, ne. Touristentour mit anschließender Renovierung. So wollen wir das nämlich in Erinnerung behalten. Ganz genau. Habe es 3 Uhr Weller gefarmt. Beim letzten hat der Tang verkackt. Tang ist jetzt bei 2496. Richtig ätzend gewesen. Boah, das ist natürlich auch belastend. Das ist mindestens genauso schlimm, wie das Wegrennen mit der Void, ne. Tut auf jeden Fall ähnlich weh. Ja, Leute, Jaina-Skip-Run heißt, wir machen nur Jaina. Ja, das heißt, nur den Endboss von Dazar Alor. Und hoffen natürlich, dass das Reit hier droppt. Na, alles, was ihr braucht, ist ein Hordler. Ja, ihr braucht ein GS von 200. Gerne aufwärts. Und dann könnt ihr euch gleich mit in die Gruppe hauen. Und dann löten wir die gute Dame zügig aus dem Leben, ne. Das ist das Ziel. Es wird, glaube ich, immer jemanden geben, der das Bärchen noch nicht hat. Das denke ich auch. Ja, das Problem ist nur, wenn es nur dieser eine ist, dann wird es ein bisschen schwieriger zu zweit, ne. Aber solange es noch ein paar mehr sind und wir ein paar Gruppen zusammenbekommen, läuft das doch. Einfach mal LFR gehen und Meta in der PvP-Phase ziehen und alle CDs. Ja, einige machen das. Einige haben dann das Hören aus, sehen viele Laisen. Au, eh, it is, ja. Und dann kannst du noch so schreien und zetern und als Heiler. Aber vor allem, ne, wenn du die ganzen wieder hochheilen darfst im Nachhinein, die da runtergeschossen wurden. Uuuuh, Junge, was wir da gewiped sind. Wegen so einer Scheiße, ne. Weil sich jemand ein AOE-HCD für diese Phase aufhebt. Ich werd nicht mehr. Dieser Gedankengang, der macht mich wirklich fertig. Naja, schauen wir mal, wie es bei uns und Jaina läuft. Organisiert, benutzerdefiniert, Gruppe LOL. L-O-H-L. Ich muss mich irgendwie noch, bin ich noch als Heiler gelistet? Ne, jetzt ist Tank. Okay, guck mal, ich bin wieder zurück. Leute, er war nie weg. Er war nie weg. Das Einzige, was ihr bitte beachten müsst, Leute, ich erwähne das nochmal, das ist kein Witz, das ist keine Übungen. Ihr dürft den Boss nicht kicken. Unterbrecht ihr den Boss, mit welcher Fähigkeit auch immer, werden wir alle qualvoll verrecken. Plus, wir verlieren eine Menge Zeit. Deswegen würde ich euch bitten, da dran zu denken, dass wir, ja, die Kicks möglichst zu Hause lassen. Zieht ihr euch gerne aus der Leiste. Ich mach das auch gerade, zack, einmal vorgemacht und schon haben wir da deutlich weniger Probleme. Mütisch ist eingestellt. Wir porten und orientieren uns dann im Zweifelsfall am roten Bärchen mit dem roten X. Davon abgesehen, gerne kuscheln. Es sei denn, ihr habt einen Elementareffekt, beziehungsweise blauen Pfeil auf euch drauf. Dann bitte ein bisschen Moven raus aus der Gruppe. Dies, das. Und sobald Jaina 60% erreicht, sammeln wir uns bei mir, beim roten Bärchen, hüpfen vom Schiff und machen diesen Hindernisparcours. Und am Ende lauert dann die gute Jaina. Ganz wichtig, in Phase 1 gerne alles ziehen, außer Kampfrausch, ja, damit wir sie schnell auf diese 60% bekommen. Dann kommt ja eh eine Menge Lauferei, ja, dann ist sie noch im Moment immun. Also da sollten so gut wie alle CDs wieder ready werden. Und sobald sie dann angreifbar ist und wir uns bei ihr gesammelt haben, denke ich mal, wir können Kampfrausch und die CDs nochmal ziehen. Und dann holzen wir sie einfach nochmal genauso um. Das zumindest ist der Plan. Apropos Jaina, kann man das Mount auch durch Bonusroll bekommen? Ich glaube nein. Meines Wissens nach kann man nur diese Weltboss-Mounts Bonusrollen, wenn man Glück hat, wie vom Schar oder Galleon. Aber bei Raidbossen jetzt so in instanzierten Versionen des Games, da scheint das, glaube ich, aus. Hey, mache gerade einen Mage Tower für einen Demo-Lock. Ein kleiner Fehler und ich sterbe. Ich könnte heulen. Es ist schlimm, ja. Es ist wirklich schlimm, aber man weiß dann, es muss dieser eine Versuch sein, ne. Wo alles läuft und man weiß, man kann das auch hinbekommen, Obernai. Du kannst das auch, bin ich mir sehr sicher, aber ja, der Weg, bis man diesen Try dann erwischt, ne. Der ist wirklich häufig unschön. Das erste Mal bei den Lords war ich mega verwirrt. Ständig Schaden bekommen und keine Ahnung, wieso und woher. Ja, und ich habe ja auch überhaupt kein Problem damit, wenn jemand mal verwirrt ist, ne. Und da haben wir genügend Bosse, die wirklich überladen sind, auch mit Fähigkeiten und Effekten. Aber auch da bilde ich mir ein, differenzieren zu können zwischen einem, der einfach verwirrt ist und es nicht besser weiß und jemand, der einfach gar keinen Fick gibt, ne. Und volles Mythischkeh hat oder so ein Shit und dann andere in den Tod reißen. Da werde ich ein bisschen sackig dann, ne, was die Kacke soll. Dann könntest du die anderen auch nicht lernen, ne, mit so einer Art und Weise. Aber manchmal, klar, hast du recht, ist man dann zornig, aber die Leute können eigentlich gar nichts dafür, ne. Weil dann doch eine Handvoll das erste Mal drin ist. Da hast du recht. Sorry, aber weißt du, ob meine Blasphemie kickt, wenn die auftaucht? Ist der Viererboni? Ne, die dürfte eigentlich nicht kicken. Was beim Hexer kicken kann, ist dieses Grimoire, was ihr skillen könnt, wo ihr ne Teufelswache ruft, ne zweite. Wenn ihr das habt, die kickt beim Rufen, aber alles andere dürfte eigentlich nichts auslösen in dieser Art. Okay, alle da, Leute. Dann gucken wir uns das mal an und sind gespannt, wie die erste Runde ja heute aussieht, ne. Jerizal, hi, nur kurz Hallo sagen, muss wer da Eishockey schauen, ja, dann wünsche ich dir ganz viel Freude. Momentan, Leute, meine Timelines in jedem sozialen Medium nur Fußball. Fußball, Fußball, Fußball. Habt ihr an den guten Kloa gestern mal gefragt, was da los ist, dass ihr mich mal ein bisschen aufklärt, ne. Dann hab ich sogar verstanden, wieso, ey, bin jetzt voll drin im Fußballthema, ne. Fragt mich alles, nein, fragt mich bitte nichts. Fragt mich niemals irgendwas zu Fußball, holy shit. Selbst wenn das euer liebstes Lieblingshobby ist, ich spreche zwei Sätze und ihr habt keinen Bock mehr drauf, ja, darum werden wir das nicht thematisieren. Aber, ey, mein, ich folge einigen, die im Fußballgame sehr aktiv sind, ja. Also auf Twitter jetzt, Fußballgame, the Fußballbubble. Aber aktuell, heilige Scheiße, ich scrolle durch und hab das Gefühl, ich folge nur Fußballaccounts, ne. Und da muss ich mir fragen, was ist denn jetzt passiert, Alter? Was ist denn jetzt passiert? Und wurde ich ein bisschen aufgeklärt, hab jetzt hier einen Durchblick und manchmal lese ich jetzt sogar einen der Tweets und gucke, ob ich den jetzt verstehe und einordnen kann. Ja, ja. Läuft, Leute. Schön, wir haben es alle geschafft. Das ist in der Tat eine Seltenheit, Leute. Denkt dran, auch hier ein Gesu oder ein Dev-CD mal zu ziehen, ja, weil unsere Heiler müssen auch ständig laufen, haben beschränkte Sicht auf uns, ja. Darum wundert euch nicht, wenn ihr nicht so viel Heilung abbekommt. Das ist nicht nur, weil die Heiler euch persönlich hassen, sondern sie kommen auch nicht an euch ran, ne. Schauen wir natürlich, dass wir möglichst mit AOE genau die Eisblöcke kaputt bekommen. Das sieht super aus. Und kann ich als Dodo nicht mal mit einem Gestalt wechseln? Nee, kann ich nicht den Slow-Debuff entfernen. Dann mache ich mich auch mal hier in so einen Eisblock rein. Oh, Freunde, Vorsicht jetzt. Vorsicht, Vorsicht bei dem Wirbel. Die Wirbel sind am schlimmsten, ne. Dann rennt lieber mal in so einen Eiskristall. Dann seid ihr geblockt. Aber da können wir euch wieder rausholen. Wenn ihr in so einen Sturm springt, dann wissen wir nicht, wo der euch hinschleudert, ne. Dann kann es sein, dass ihr sehr schnell sehr ripped seid. So, den Kollegen würde ich gerne auch rausholen. Und dann wieseln wir mal nach vorne hier mit dem dicken Tauchen hintern. Und dann bitte alle beim X kuscheln. Jaina braucht noch einen Moment, bis sie angreifbar ist, ne. Wir waren jetzt sehr schnell, sehr sauber. Da ist das manchmal so. Aber gleich geht das richtig los. Nochmal zur Erinnerung. Gerne alles machen. Nur den Boss nicht unterbrechen. Ich sag das aus Gründen nochmal dazu. Ja. Nochmal dazu. Nee, Fußball war ich irgendwie nie Fan. Keine Ahnung. Mein Vater hat eine Zeit lang gespielt in so einem Ossi-Urtsverein. Ja, waren wir manchmal in einer Turnhalle. So, die eine Hälfte der Turnhalle haben die Männer gespielt, die Papas. Und auf der anderen Seite wir Kinder so. Vermutlich haben die da einfach zwei, drei Bälle gekickt und ein Bierchen getrunken. Und die Kinder waren beschäftigt, ne. So ein Verein war das. Aber hat mir damals schon nicht gefallen. Auch in der Schule hatten wir dann, wenn im Schulsport, ne. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja, Fußball. Ja, Hurra. Dann hat es halt zwei, drei Leute, die da komplett draufgepelzt haben. Als würden sie dir mit dem Ball irgendwie die Fresse polieren wollen. Das war wunderschön. Und nee, Fußball hat mich nie gecatcht. Aber das ist okay. Dafür catcht es anderen. Stellt euch vor, einem würde immer alles gefallen. Man würde gar nicht hinterher kommen, oder? Ohne Witz. Stellt euch vor, ihr habt mehrere Sachen, die euch zum Beispiel, da ihr gerade hier seid, gehe ich mal von aus, triggert euch an der Stelle Gaming. Ja, stellt euch vor, jeder Scheiß, so, jedes Hobby, jeder Sport würde euch so interessieren wie Gaming. Da wäre ich den ganzen Tag sauer, weil man schafft es ja gar nicht, alles zu machen, alles zu verfolgen, ne. Was zum Fick, also. Ist schon ganz gut, dass man ein paar Sachen hat, wo man vielleicht auch früher schon wusste, ey, werde ich nicht mit warm. Ansonsten wäre ganz schön kacke, wenn man das erst nach zehn Jahren merkt, ne. Sitzt du im Stadion, hast dein Fanschal um, links das Bier, rechts die Bockwurst, weißt du. Und dann stellst du fest, ja, ist ja eigentlich total scheiße, gerade. Ist ja dann ziemlich doof gelaufen, ne. So, Mount jetzt hier, wird Zeit. Scheiße, Mann, wieso denn nicht? Wie sieht's bei euch aus, Freunde? Atem, Signé, Helm, nö, ne. Naja, Signé, da steckt dir das Ne schon drin. Kein Mount, aber schöner Run, Freunde. Vielen Dank fürs Mitkommen. Craft, ich hätte mal eine ganz wichtige Frage. Was ist, war deine Lieblings-Kinder-Serie? Meine Lieblings-Kinder-Serie. Ich glaube, der kleine Maulwurf, den habe ich super gern geschaut. Holy shit, das habe ich so oft geguckt früher. Ich kann jetzt noch einige Folgen in meinem Kopf abspulen, wo die zum Beispiel den Wald so anmalen und dann regnet es und so ein Bumms. Das war immer super. Ansonsten habe ich sehr, sehr gern Löwenzahn gesehen. Peter Lustig, Legende, ja, absolut, würde ich, glaube ich, heute noch gern gucken. Hat einfach eine unglaubliche Ruhe, dieser Mann, die er ausstrahlt, ja, herrlich. Und was habe ich noch so gern geschaut? Sesamstraße. Sesamstraße war ich sogar mal bei einem Musical, glaube ich, so mit den Originalpuppen und Figuren auf der Bühne und so ein Shit. Also das habe ich auch gefeiert bis zum Gehtnichtmehr. Ich glaube, das sind so die mitgrößten Kinderserien, würde ich sagen, die ich als Kind abgefeiert habe. Und dann, als ich ein bisschen älter war, kam so diese ganze Anime-Geschichte. Dann ging das langsam los mit Pokémon, One Piece und Co. Und das war dann immer die RTL 2-Zeit, die war sehr mystisch. Aber das würde ich ein bisschen differenzieren. Deswegen wären das so meine Lieblings-Kinderserien. Was ich aber auch immer sehr, sehr gern geschaut habe, das waren so Sendungen mit Dinos. Aber das geht dann eher in Richtung Filme. Super RTL hatte ja zum Wochenende, ich glaube, am Freitag immer so ein Special am Abend. Ja, wo dann irgendein Film lief. Und zwar entweder Barbie und der Nussknacker oder der Zauberpudding. Das waren so die beiden Specials. Ja, und wenn man Glück hatte, kam einmal im Jahr noch was anderes. Und da kamen manchmal so Dino-Doku, ist schon so auf 3D gemacht. Ja, nicht in einem Land vor unserer Zeit, sondern richtig Dokus, so mit Dinos. Ja, und sowas habe ich mir auch super gern reingezimmert, weil Dinos sind natürlich einfach Liebe. Aber das würde ich nochmal ein Stück weit anders sehen als jetzt Serien. Das sind die, die ich gerade aufgezählt habe. Extreme Dinosaurus, ganz genau. Hatte ich auch Figuren von Super Sick. All dies sehen gut aus. Waren wir überhaupt das Zor? Das Zor, genau. Das Zor mit der Horde? Nee, ne? Dann ist alles clean, Leute. So will ich das haben. Hervorragend, hervorragend. Ich bin auch wieder raus. Die Frau hat Hunger, Atheros. Ja, dann kümmere dich. Danke fürs Reinschauen. Hallöchen Craft, steht heute noch 2 Runden Kriegsfronten auf dem Plan. Kann ich nicht versprechen. Wir machen jetzt ein paar Janus, gibt's dann in der 2. Hälfte, wollen wir Städte-Raid machen und je nachdem, wie lange das dauert. Kann sein, dass noch Zeit ist für Kriegsfronten, muss aber nicht. Lieber richtiger Sport, wie das aktuelle E-Sports-MDI-Turnier. Bin gespannt, wie Omega-Lull heute in Neltarion Sword eskaliert. Oder Wipen des Todes. Ja, da gibt's in der Regel auch nur die 2 Extreme, ne? Entweder der cleanste Run ever oder ein Schlachtfest, ja. Dadurch, dass da eben auf extremer Ebene, hoppala, Puls und Co. betreffend alles gegeben wird, ne? Kannst du da natürlich auch sehr schnell hochkochen, in die eine oder andere Ecke. Mejava, hi. Bei mir gehören definitiv diese ganzen Disney-Serien dazu, die um die Jahrtausendwende auf Super-RTL kamen. Ja, also Super-RTL konnte man halt auch durchlaufen lassen. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, aber das ging. Da kam man halt nach Hause nach der Schule. Ja, ich war dann immer bei meiner Oma zum Essen. Und meine Cousine war dann häufig auch da. Die war ja eine Klasse unter mir, deswegen kam sie selten später als ich. Und dann haben wir uns im Grunde auch vom Fernseher geparkt, ne? Pokémon auf dem Gameboy gezockt. Vielleicht noch vorher die Hausaufgaben gemacht. Und dann lief eben Super-RTL oder später dann Pukito-RTL2, ne? Und dann bam, bam, bam hintereinander weg. Und da wurde dann eigentlich, äh, ja, nichts weiter mitangestellt, sag ich mal. Nicht ungeschalten, nicht gemotzt. Und da kam ja wirklich alles, ne? Von Was-is-was-TV über Spongebob dann. Oder Simsalabim-Sabrina-Monster aus Versehen. Immer Ärger mit Newton, wenn Elfen helfen. Also der ganze Bums, ja, wo man die Hälfte auch mittlerweile von vergessen hat. Ja, und das lief. Funfact, ich hab vor kurzem einen Dino animiert gerade. Siehste, du bist ja auf den Spuren auch des kindlichen Denkens. Zumindest von mir, ne? Das ist auch was Wunderbares. So eine kleine nostalgische Komponente, die dann mitschwingt, ne? Also, wäre bei mir so. Okay, organisiert, benutzerdefiniert, Gruppe LOL, L-O-H-L, Serverübergreifend für die Horde. Und dann gucken wir mal, gucken wir mal, wie das aussieht mit dem nächsten Run. Da haben wir sogar einen Heiler mit drin. Da ist noch ein Tank. Das ist sehr, sehr schön. Die packen wir auch gleich mit ein. Ui, 272, Leute. Habt da wieder schön GS mit am Start, ne? Ihr macht uns die Runden hier alleine, finde ich sehr, sehr gut. Und liebe Tanks, liebe Heiler, liebe Kernrollen allgemein, bitte nicht wundert, wenn ich euch so ein bisschen übergehe. Das hat wie immer den Hintergrund, dass ich euch dann gern in der nächsten Gruppe hätte. Sonst haben wir jetzt irgendwie eine Gruppe mit sechs Heilern und in der nächsten keinen mehr. Das ist ja ziemlich schwachsinnig, das so zu machen. Darum müssen wir gucken, dass wir die Kernrollen so ein bisschen verlagern. Ja, so ein bisschen auslagern. Und das sollte uns dann im Endeffekt quasi zugute kommen. Hoffe ich zumindest. Auf RTL liefen früher sonntags immer Disney-Filme. Meistens so alte Realverfilmungen. Da waren auch ab und an nette Sachen dabei. Wie Mary Poppins zum Beispiel. Ja, gucke. Ja, was hab ich immer sonntags, vormittags geguckt. Wiederholung von Genial daneben. Bisschen später zumindest. Ansonsten glaube ich Kabel 1. Ich glaube Kabel 1 hatte am Wochenende vormittags auch so ein Kinderprogramm und da liefen dann auch coole Sachen, die sonst nie liefen. Sowas wie die Transformerserie oder He-Man oder X-Man oder Ben 10 oder sowas. Oh, das ist doch der Real-Shit am Wochenende. Ja, weiß ich auch noch. Ich habe Silverhawks und Bravestar gesuchtet. Die 80er hatten echt super Serien. Leider alle verschwunden. Ja, das sagt mir zum Beispiel auch schon nichts mehr. Da wird es natürlich auch regelmäßig Austausch geben, was solche Serien angeht. Ich glaube, wenn man jetzt nicht gerade Elternteil ist und mit seinen Kindern irgendwas davon sucht, dann wird man jetzt im Fernsehprogramm vermutlich auch das wenigste wiedererkennen. Oder es wurde dann nochmal neu gemacht. Bob der Baumeister ist ja glaube ich so ein Ding. Oder auch Feuerwehrmann Sam. Solche Serien, die dann auch immer ummodelliert wurden oder so ein Bums. Oder läuft jetzt nur noch Paw Patrol? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ab und zu kriege ich mal so ein Gesprächsfetzen mit von meinen Cousins und deren Kindern. Aber an sich bin ich da auch raus mittlerweile. Ja. Fun Fact 2. Die Figuren waren der eigentliche Grund, warum die Serie Extreme Dinosaurce gemacht wurde. Mattel wollte damit die Figuren bewerben, wenn ich mich nicht irre. Ach wirklich? Ach gucke, spannend, wie sowas manchmal anfängt. Unser lieber Magier fehlt noch. Der ist noch beim Sitz des Primus. Aber nein, jetzt ist er hier. Zauberhaft. Ein wahrer Magier. Na dann. Leute, wie immer. Daran denken. Bitte nicht unterbrechen. Oh, dann löten wir mal rein. Habe My Hero Academia angefangen zu schauen. Eigentlich ein ziemlich spaßiger Anime. So Superkräfte im Realen wären echt chillig. Aber auf der anderen Seite wird es auch Super Schurken geben. Auf sowas hätte ich keinen Bock. Ja, das ist wohl wahr. Das sollte man bedenken. Darum mit den Wünschen immer vorsichtig sein. Hoppala. Irgendwie spinnt das Tool. Laut Tool ist deine Gruppe schon offen. Ja, kann sein, dass sich einer mal ein Späßchen erlaubt oder das Tool spinnt eben rum. Das wäre ja auch nicht das erste Mal. Hatten wir in letzter Zeit ja häufiger, dass das auch automatisch dann eine Gruppe abmeldet. Obwohl ich nichts gedrückt habe und so. Das gehört ja auch zur Norm. Da ist Blizzard flexibel. Ist es jetzt ein Bug? Ist es ein Feature? Man weiß es nicht genau. Aber danke für die Info. Ja, Freunde. Wir haben gerade nochmal gesehen in der ersten Phase. Bitte mit den blauen Pfeilen raus aus der Gruppe. Ansonsten tötet ihr relativ zügig eure Mitspieler. Und das wäre dann doof. Na, darum immer ein bisschen Moven. Ich bin schon sehr stark verlangsamt. Ich werde gleich bestimmt mal eingefroren. Aber das ist nicht so schlimm. Dann haben alle mehr Zeit sich zu sammeln. Und ich kann ja dank der Hochbergtauchenfähigkeit nochmal so ein bisschen hier nach vorne sprinten. Aber ich glaube jetzt beim nächsten Stack kriege ich den Eisblock, oder? War das nicht bei 20 oder geht das noch höher? Weiß es gar nicht genau. Ich nehme hier jetzt einfach mal eine Schneeflocke mit und dann ist sowieso Jacke wie Hose. Junge, habt ihr das jetzt mitbekommen? Jetzt will ich gezielt einen Eisblock. Jetzt kriege ich keinen. Jetzt. Das war ja super geil. Junge, da will ich einmal, einmal gezielt einfrieren und kriege null von drei Schneeflocken, die ich ins Gesicht bekommen wollte. Das ist ja auch wieder absolut witzlos. Aber gut, manchmal steckt sie eben nicht drin. Nochmal zur Erinnerung, Freunde, bei Jaina, sie ist jetzt noch eine Zeit lang immun. Kuschelt bitte möglichst alle beim X. Lasst euch von den Stürmen nicht erwischen und unterbrecht sie bitte nicht. Egal mit welcher Fähigkeit, Paktfähigkeit, geskillte Fähigkeit, normaler Kick oder was auch immer. Bitte niemals unterbrechen. Das wäre schön. Keine Ahnung, wie das heutige Fernsehprogramm auf Super RTL so ist. Ja, ich glaube, egal wie gut das jetzt wäre, objektiv bemessen an, was weiß ich, dem Handwerkszeug, wie gut das umgesetzt gefilmt ist oder was auch immer. Man wird da, denke ich, auch in unserem Alter jetzt schon sagen, ohne 90 Jahre alt zu sein. Ja, das ist ja Schmutz, ne? Früher war das besser so. Früher war das noch pädagogisch und da hat man noch was gelernt. Und dank den Wonderpets weiß ich, was Teamarbeit ist, okay. Aber jetzt mit sprechenden Hunden, das ist alles Blödsinn. Aber ich glaube, so eine Aussage ist halt ziemlicher Blödsinn, ne? Ich denke schon, dass die Kinder von heute auch sehr, sehr schöne Serien haben. Figuren, an denen sie sich orientieren können oder eben auch nicht, ne? Das denke ich schon, dass zumindest die Kinderfernsehlandschaft das auch weiterhin irgendwie in den Griff bekommt. Wäre auf jeden Fall ziemlich scheiße, wenn nicht. Dann hätte man davon, glaube ich, schon mehr gehört. Honey, hi. Wie war Ihr Sonntag? Sehr entspannt. Wir haben heute nur gechillt und gerade lecker Döner bestellt, also für Männer. Ich hatte Pommes und panierten Blumenkohl. Oh, das ist auch was Feines. Kann man mal machen. Chris, hi. Schönen Sonntag. Wünsche ich auch. Ich habe keine Hausaufgaben oder ich habe schon in der Schule gemacht. Habe ich nie, war jeden Elternsprechtag Thema. Geil. Ja, Hausaufgaben habe ich immer gemacht. Und sei es nur bei Mathe irgendwie gegeben und gesucht hinschreiben, ja? Damit ich mich einfach nicht melden muss am Anfang, wenn gefragt wurde, wer es vergessen hat. Ja? So, ich wollte nie beim Lehrer auf dem Kieker sein. Jetzt kriegst du irgendwie Zusatzarbeiten, musst länger bleiben oder so. Ich wollte ja zocken, ja? Darum immer beim Zocken nebenbei, dann abends auf dem längeren Greifenflug oder in der Raidpause ein bisschen was gemacht, auch im Arbeitszelt für Englisch und so ein Shit. Und wenigstens irgendwas haben, was versucht haben, ja? Damit es nie hieß, ich habe die vergessen, so. Weil einige Lehrer waren da echt sehr stinkig, hatte ich keinen Bock drauf. Darum wenigstens immer so aussehen, als hätte man sich Mühe gegeben, ja? Da hatte ich als Vielschwitzer auch immer Vorteile im Sport. So, ich habe eigentlich nichts gemacht, stand nur in der Sonne und die Suppe lief. Ja, und mein Lehrer hat dann immer gesagt, ja, guckt mal, der macht es richtig. Der gibt alles. Junge, ich habe fucking gar nichts gemacht, ne? Ich schwitze halt, wenn ich an Bewegung denke. So, und gewusst wie. Einfach gewusst wie. Okay, Leute. Leider wieder kein Mount, aber ein weiterer schöner Run. Vielen Dank fürs Mitkommen. Wir starten dann gleich in den nächsten. Jawohl, jawohl. Wo ich bei dem 3D-Kram aber auch noch hin will, sind definitiv Drachen. Das ist bestimmt herausfordernd, auch mit den Flügeln und so, ne? Aber da übe ich vorher lieber noch mit ein paar Dinos, Vivian oder anderen Kreaturen. Ja, das ist verständlich. Und dann kann man ja vieles davon kombinieren, ne? Was weiß ich, die Schuppen, ja? Oder die Zähne, die Augen. Das sind ja schon so ein paar Faktoren, die da nicht eins zu eins kopiert, aber zumindest sinngemäß übertragen werden können, ja. Also ich bin immer von der Schule gekommen und dann wurde RTL 2 geschaut. Yu-Gi-Oh! Conan, Doremi, Jandi, Kamikaze, Dieben, genau so weit, ne? Da konntest du auch hintereinander weg. Zack, zack, zack. Easy going. Äh, Seppo, ich habe bei dir gerade so ein Symbol. Das sehe ich das erste Mal auf Twitch. Da steht Seppo. Schaut ohne Video zu. Wait, kann ich jetzt sehen, wer nur hört? Das ist ja wild. Also nicht, dass es mich irgendwie interessieren würde, soll ja jeder machen, wie er möchte. Aber ich sehe das Symbol gerade zum ersten Mal. Seppo, was hast du getan? Wieder nicht drin. Ich setze mich jetzt auf den Balkon. Ah, gucke, Twitch, weiß das, Seppo, ne? Die beobachten dich, haben überall Kameras installiert, haben jetzt gesehen, ja, der setzt sich nach draußen. Da kriegt ihr jetzt erst mal so ein Extra-Zeichen, dass sie auch alle Bescheid wissen, ne? Wilde Nummer, hör mal. Christa, Hallöchen, welches Symbol seht ihr gar nicht? Ich habe vor Seppos Namen einmal diesen wunderbaren Abo-Frosch und zum anderen so ein durchgestrichenes Auge. Wenn ich da drüber fahre, steht da genau das, was ich eben vorgelesen habe. Also außer den Balkon-Teil, ja. Hey, Craft, magst du einen Poseidon verraffeln, heute oder die Tage? Ja, das ist durchaus ein Mount, was ich nehmen würde. Müsstest du mir entweder auf Eredan einen meiner Chars schicken oder mir dann sagen, auf welchen Server, mit welcher Fraktion und so weiter ich kommen soll zum Abholen. Ja. Ben 10 auf Cartoon Network war Liebe. Das war krass und das kam auch sonst nicht, ne? Und ich mag das ja sowieso auch bei Digimon und Pokémon und so weiter. Da finde ich es auch geil, um die Spannung aufrechtzuerhalten, wenn sie dann nicht die Verwandlung zeigen, sondern die Folge aufhört mit, ah, ein neuer Modus oder eine neue Entwicklung und dann musstest du die nächste Folge gucken, weil du wolltest natürlich wissen, was das jetzt ist, ja. Hören tue ich auch nichts. Geil, schaut ohne Audio zu. Jo, jetzt kann man die ganzen Stinkebiber sehen, die einfach gemutet haben. Aha. Na, gucke da. Wenn dann einer kommt und schreibt, ja, ich hab das mit Jaina nicht gehört mit dem Kick. Ja, weil du Eumelsound aus hast. Hahaha. Das ist ja super. Oh, ha, aber das ist neu, oder? Das wurde doch gerade eben reingebitcht. Wild. Man kann das Symbol einstellen, indem man auf seinen Namen im Chat klickt, dann auf Chat-Identität bearbeiten, dann kann man oben eines der Symbole auswählen. Ah, kann man selber machen, okay. Ja gut, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen Spannung, aber ist ja natürlich schön, wenn jemand auf Arbeit hockt oder so und nur mal kurz für eine Millisekunde in seiner Pause reinschaut, dann kann der das anmachen und wir wissen, okay, wenn der gerade eine sehr doofe Frage stellt, na, dann hat er es wirklich nicht gehört, was ich eben erzählt habe, ne. Ah, kann das schon ganz nett sein. Genial, daneben hatte ich damals gehasst, weil meine Eltern es dauernd geschaut haben und ich absolut nichts damit anfangen konnte. Da ich später auch nicht mehr damit konfrontiert wurde, weiß ich auch bis heute nicht so wirklich, was es eigentlich war. Das ist, denke ich, bei den meisten deutschen Produktionen nicht so schlimm, aber ich habe es immer ganz gern geschaut, muss ich sagen. Okay, Freunde, dann. Organisiert, benutzerdefiniert, Gruppe LOL, L-O-H-L, nächste Runde. Einmal schön, da sah Alor. So muss das sein. Zwar nicht, Hallöchen. Wir machen Horden Runs. Wie viele hängt davon ab, wie viele Anmeldungen wir haben, ne. Kann sein, dass wir jetzt noch fünf machen. Kann sein, dass jetzt schon Ebbe ist, was die Anmeldungen betrifft, ne. Und dann warten wir nicht eine halbe Stunde, sondern dann sagen wir, gut, machen wir was anderes. Deswegen ist das immer ein bisschen schwer einzuschätzen. Aber erstmal können wir noch den ein oder anderen durchziehen, wie es scheint. So, noch ein Heiler. Jawohl, wie immer, Freunde, bitte dran denken, ihr dürft alles machen, nur den Boss nicht unterbrechen und bitte in Phase 1 keinen Kampfrausch ziehen. Das wäre wunderbar. Dann können wir auch schon reinhoppeln. Ausgezeichnet. Eine der Serien, die ich geliebt habe, Stormhawks, lief auf RTL 2, aber immer wenn ich Leute danach gefragt habe, kannten sie es nicht. Ja, das ist auch so ein zeitliches Problem, ne. Selbst wenn jemand genauso alt ist wie du und genau denselben Fernsehplan hatte, reicht es ja schon, dass er um eine Stunde verschoben war, weil sein Stundenplan anders war und schon hat er gewisse Serien einfach nie gesehen, ne. Komm da gleich rüber, Kaino. Hoffe, er ist Eisblock ready, Allah. Hahahaha, hört er ja auch nicht scheiße. Wird er dann aber sehen. So ein Ding ist das. Manetsu, 19 Monate, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Das Symbol gibt es seit drei Tagen, kann man einstellen, also ohne Video oder ohne Tonschauen, ist aber Fake, also ist nur ein Scherz. Good to know. Danke für die Aufklärung. Ja, Drachen modellieren ist nicht einfach, weil die so ziemlich alle Arten von Gliedmaßen haben, die es für Wirbeltiere so gibt. Arme, Beine, Schwanz, Flügel und eventuell noch einen langen Hals, was alles auf einmal gemacht werden muss. Ah, okay, ja, siehste, wenn man so rangeht, ne. Einiges zu tun. Einiges zu tun. Quicksal, hallöchen, grüße. Kommt heute Abend wieder Detroit Become Human zufällig. Da können wir gemeinsam einmal gucken, denn unterm Stream ist ja immer der aktuelle Streamplan verlinkt. Heißt, wir scrollen einfach mal runter oder benutzen alternativ Ausrufezeichen Streamplan im Chat. Dann klicken wir da drauf und schauen mal zusammen, wie das aussieht. Heute ist Sonntag. Das heißt, wir sind jetzt ab 16 Uhr in WoW und ab 21 Uhr Detroit Become Human. Jawohl, heute also Abendstream. Ich freue mich. Für den Poseidon müsstest du mich auf Keltusat Horde besuchen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wirst du mich eventuell nur noch mal dran erinnern müssen. Ihr wisst, ich bin da mit Servern und Co. sehr vergesslich. Ja, können wir aber nachher zur Pause gerne schauen. Das sollten wir eigentlich hinbekommen. Bilde ich mir ein. Mal gucken, was dazwischen kommt. Es können ja immer sehr mystische Dinge geschehen. Alle da, Freunde. Dann fangen wir mal an und sind gespannt, ob Jaina heute gönnt auf diese heißen Tage oder kann man als Eishexer, als Tochter der See, ruhig mal ein bisschen was rausscheppern hier. Der Dino, den ich vorhin erwähnt habe, ist leider noch untexturiert, weil ich das immer noch nicht richtig hinkriege. Ja, das kann frustrierend sein, ne? Aber Übung macht ja bekanntlich den Meister. Und so wie du das erzählt, bist du ja schon gut reingefuchst, ne? Insofern am Ball bleiben. Natürlich auch mal Pause machen, ja. Ein bisschen das Hörn lüften und dann haut das bestimmt hin. Ich gebe mir Mühe, dran zu denken, dir Bescheid zu sagen. Ja, mal sehen, wer von uns dran denkt, ne? Wir kriegen das schon irgendwie hin. Und wenn nicht, dann rennt es ja hoffentlich auch nicht weg, ne? Oder schwimmt nicht weg. Dann machen wir das im Notfall wann anders. Aber wir glauben erstmal an unsere Fähigkeiten. Ugrila, mit 24 Monaten. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Gut, wir hüpfen runter. Dran denken, Freunde. Boss nicht unterbrechen. Und nicht in die Stürme laufen. Ja? Alles ist hier besser, als in die Stürme zu rennen. Dann nehmen lieber so eine Schneeflocke mit oder so einen Bums. Aber Stürme ist immer Katastrophe. Ja, ihr fliegt gefühlt schon ins nächste Addon. Das hätte ich so nicht sagen sollen, weil jetzt rennen alle in die Stürme rein. Nee, aber so weit weg. So Richtung Dracheninseln, die sind aber noch gar nicht frei. Und dann verendet ihr da qualvoll in so einer unpassierbaren Nebelwand. Das möchten wir ganz gern vermeiden. Der Sturm an sich ist kein Alpha-Zugang. Na, da wäre erst was los, oder? Stellt euch vor, die würden Alpha-Zugänge tatsächlich in irgendwelchen random Kissen in der ganzen Welt verstecken. Ich weiß gerade noch nicht, ob ich das cool finden würde oder doof. So wie diese Airdrops, wisst ihr? Beim Kriegsmodus in den BFA-Zonen. Dass auf einmal so eine Alpha-Kiste irgendwo liegt, Junge. Liegt da auf einmal Kollegah in der Höhle. Du bist Alpha, weißt du? Musst du den looten. Fände ich ja auch ganz interessant. Bei welchem waren das? War das WOD? Nee, ich glaube, das war Legion. Junge zu Legion. Hatte der gute Venion. Rip an dieser Stelle. Da hatte der gute Venion so ein Event. Und hatte Beta-Keys von Blizzard. Und hat die verteilt. Und zwar in der Form, dass er mit einem Level 1er irgendeinen Random-Server gesucht hat. Sich dann Char machte, der da dann rumlief. Und wer ihn zuerst gefunden hat und anschrieb und so, der hat das hinbekommen. Und ich kam gerade vom Feiern nach Hause. War ein bisschen früher. War irgendeine kleine Familienfeier. Ich glaube, irgendeine Jugendweihekonfirmation. Irgend so ein Bums, ja. War ich zu Hause ein bisschen angetüdelt. Und da waren die Guildies noch in Sprachschätzen im Discord. Ja, oder TeamSpeak damals noch. Ich bin mir gar nicht sicher. Alter, die Erinnerung verschwimmt. War anscheinend doch ein Bierchen mehr, als ich gedacht habe. Scheiße. Auf jeden Fall waren die den ganzen Abend dabei, Venion zu suchen. Ja, und haben versucht, ihn aufzuspüren und sind da hinterher gemacht. Und keiner von denen hat ein Key bekommen. Und ohne Witz, ich mache mit, logge ein. Und da waren sie dann im Goldtine-Gasthaus, oben in der Etage. Nicht auf einem Schmuddel-Server, ja, mit Goldtine-Gasthaus, sondern stinknormal. Und ja, ich bin dem dann immer hinterher. Ich habe Slash-Folgen gemacht auf Venion. Und ich habe dann ihn immer angetanzt und so. Und dann hat er am Ende gesagt, ja, ich habe jetzt noch drei Keys. Dann hat er sich eben umgeguckt und ich hieß auch irgendwie Venion-Mega-Fan oder so. Dann habe ich einfach ein Key bekommen und es waren alle so mad auf mich, weil die den ganzen Abend mitgemacht haben, wollten unbedingt so ein Key haben und ich komme random besoffen nach Hause, gehe ihm voll auf den Sack, renne ihn hinterher, tanze ihn an und kriege wirklich so ein Key. Junge. Ah, das war lustig. Halt für die anderen nicht, aber für mich schon. Ja, und so bin ich dann in die Alpha beziehungsweise Beta reingekommen. Das war auch eine sehr, sehr wilde Zeit. Großartig. Manetsu, hallöchen. Prespa, hi. Habe ich jetzt Manetsu eigentlich erst fürs Sub gedankt und dann begrüßt. Ja, das ist der Lifestyle, Leute. Das Danke muss immer zuerst kommen. Here we go. So, ein weiterer hervorragender Jaina-Run. Dann schauen wir doch mal. Ob wir ein bisschen Glück haben, Leute. Trommelwirbel. Die Kiste hat nämlich keinen Bock auf uns. Wieso nicht? Ach, lol. Da hinten war noch wer eingefroren. Ja, fuck. Passiert den besten. Es war blau, aber es ist nur, es ist nur die Laterne. Ist aber eine sehr schöne Schildhand, Leute. Braucht die noch wer? Ist wirklich eigentlich ein schönes Teil, ne? Gerade für einen Frostmagier oder so. Fühlt euch frei, da gern einmal reinzuschauen. Jawohl. Ob ihr das noch braucht? Bitteschön. Bitteschön. Wie, wo, was? Wieso? Vanyan Rip? Ja, der ursprüngliche Vanyan, der ist leider verstorben vor vielen Jahren. Was, boah, was wirklich wehtat, ne? Das war eine der großen WoW-Größen, zumindest für mich, mit dem ich auch immer mal irgendwann zusammenarbeiten wollte. Da hatte man so seine Ziele, ne? So als kleiner WoW-Creator. Irgendwann mal ein Projekt mit Balu wäre geil. Irgendwann mal bei Stevinio was mitsprechen wäre geil. Irgendwann mal ein Streamtalk mit Vanyan wäre geil, ne? Und nicht nur deswegen, aber auch wegen dieser Vorstellung hat mich das echt mies getroffen, als es auf einmal hieß, der gute Mann ist leider verstorben. Ja, das war unerwarteter Hit in die Magengrube und ist auch schon Jahre her. Ne? Vier Jahre, sagt ihr. Scheiße, Mann. Scheiße, ja. Sehr schade. Sehr traurig. Freunde, wir machen weiter mit dem nächsten Run, denn wie gute Gamer müssen wir lernen, unsere Gefühle hinter Videospielen zu verstecken und damit machen wir jetzt auch im Rahmen der Jaina-Runs noch ein bisschen weiter. Ja. Habe seit knapp einem Jahr mal wieder DuckTales, beste Serie, egal was ihr sagt, geguckt und denke, ich werde die nächsten fünf Wochen auf Spotify nur die Titelmusik von DuckTales hören. Ja, zu Recht. Zu Recht, kann ich voll verstehen. Wir hatten auch früher im Grundschul-Computer-Kurs, da lief das noch alles mit Disketten und so weiter, ja. Da hatten wir auch Spiele, und zwar von DuckTales, von Lilo und Stitch und ich glaube von Crash und Moorhuhn. Irgendwie in dieser Richtung. Und das waren im Grunde alles dieselben Games, ja. Da waren ja auch die Gaming-Möglichkeiten nicht so groß. Das heißt, du hattest bei DuckTales, bei Lilo oder wem auch immer so das Setting aus der Serie und dann musstest du Münzen sammeln oder auf irgendwelche Gegner draufspringen. So, es war im Grunde immer dasselbe Gameplay, weil mehr ging auch einfach nicht, ja. Und das haben wir auch hoch und runter gesuchtet, ne. PC-Kurs haben wir so gelernt irgendwie, ja, ein bisschen mit Schriften und Cliparts und so weiter, ne, zu arbeiten. Haben so Kalender erstellt und gedruckt für unsere Eltern. Und das waren dann immer so 20 Minuten und dann war halt ein bisschen Zocken, ja. Das ging auf jeden Fall wildestens nach vorne. Wildestens. Oh, schön. Und heute kann ich ganz lange wach bleiben, hab ja nächste Woche frei. Ah, nee, das klingt wunderbar. So muss das nämlich sein. Und Craft hat sich Jochen schon in eine Spinne digitiert. Ne, glücklicherweise nicht, aber ich hab nach den letzten Folgen Iron Man Challenge auch ein bisschen Angst. Ja, also die Mobs in Suldrak, die sind wirklich nicht nett. Hör mal, gar nicht nett. Firska mit dem achten Monat, die Gildensteuer, ja. Vielen Dank. Dankeschön. Hai aus dem Lurk muss Pokémon-Karten sortieren. Das ist wichtig, Glacey. Gutes Gelingen, ja. Beim Modellieren und Animieren, ja. Aber beim Texturieren gelingt es mir irgendwie nicht wirklich, einen halbwegs effizienten Workflow zu finden, okay. Ich werde natürlich weiterhin versuchen, irgendwo eine Lösung zu finden, will schließlich nicht, dass mein Portfolio immer nur aus langweilig, grauen, zwar animierten, aber untexturierten Modellen bestehen wird. Das ist, denke ich, ein richtiger Anreiz, ja. Oder ich bin mir ziemlich sicher, dass du das hinbekommst. Ich weiß sehr genau, wie schwer das sein kann, sich da richtig einzuspielen und sich auch langfristig zu motivieren. Aber wenn man das wirklich will, dann wird man, denke ich, einen Weg finden. Nur dauert es manchmal ein bisschen. Ich drücke die Daumen, dass es nicht mehr allzu lang ist, dieser Weg. Okay, nächste Runde. Holla. Wir haben noch einige Böcke, wie es aussieht. Organisiert, Benutzer definiert, Gruppe LOL, LO, HL und dann geht das auch schon weiter. Hinkel, Monat Nummer 32, Alter, das ist auch schon eine Zahl, oder? Vielen Dank. Dankeschön. Da haben wir auch Hexys mit drin, das ist super. Da haben wir schön gemischten GS hier, einwandfrei. Nicht nur gemischtes Hack, sondern auch gemischten DGS. DS wollte ich sagen. Ja, Nintendo DS vielleicht auch, Freunde. Holt die Konsolen raus. Die Handhelds. Und dann eskalieren wir so ein bisschen rein. Wir haben noch einige Tanks. Dann stecke ich hier mal noch einen Kollegen ein. Die anderen würde ich aber gerne aufheben, weil mit meinen Tanks bin ich ja langsam am Ende. Sowohl nervlich, als auch charaktertechnisch. Deswegen liebe Mittanks, ich weiß eure Anmeldungen sehr zu schätzen, aber wir werden euch gleich in den Runs noch brauchen, nehme ich zumindest mal stark an, wie es so ist. Und ja, dann wird geportet. Hexys sind da, dann können wir drinnen porten. Und dann wuse ich schon mal rein, Freunde. Auch hier nochmal der Hinweis, bitte in Phase 1 keinen Kampfrausch. Und bitte in Phase 2 niemals den Boss unterbrechen. Ganz, ganz wichtig. Guckt mal, wie beschnitten hier die Aktionsleiste von meinem Demon Hunter aussieht. Kein normaler Kick, kein Zeichen. Und ach, Junge, da setze ich ein Zeichen. Aber mehr ist irgendwie dann auch nicht drin. Fun Fact, auch wenn er durchaus schon etwas zynisch sein könnte, ich habe Venjens Kanal erst durch die Nachricht von seinem Tod gefunden. Tatsächlich. Ja, ich meine, das ist jetzt vier Jahre her, also viele werden das auch gar nicht wissen oder den ursprünglichen Venjen gar nicht mehr kennen. Und das ist schon dann ein seltsames Feeling natürlich für alle, die auch mit, ich sag mal, ihm so ein bisschen im deutschen WoW-Raum groß geworden sind, kann man das so sagen. Aber ja, so ist der Gang der Dinge. So spielt das Leben, kann man sagen. Das ist schon, ja, dann nicht nur, nicht nur funny, sondern manchmal auch sehr bitter. Das bleibt wohl nicht aus, diese Kombination. Das stimmt, das stimmt. Ich finde, viele Neuauflagen von Disney-Serien wirken im Vergleich zum Originalteils echt billig gezeichnet und animiert, zum Teil sogar sehr verstörend. Ein Wunder, dass die heutigen Kinder da nicht traumatisiert werden. Aber das geht, glaube ich, auch in die Richtung, die ich vorhin so angeschnitten habe. Das werden wir vermutlich auch mit unserer rosa-roten Brille die Vergangenheit betreffend Hashtag Classic Beste bei so ziemlich allem sagen, was jetzt irgendwie da ist. Ich habe vor kurzem auch durch einen blöden Zufall so einen Clip gesehen von den neuen Animationen von Bob, der Baumeister, wo ich auch dachte, das sind doch nicht Budde und Bob. Das ist ganz seltsam dann, weil natürlich so ein Stück Kindheit sich dann auch mit verändert hat und einfach wegbricht. Und deswegen ist die Chance, glaube ich, immer höher, aufgrund dieser subjektiv-nostalgischen Komponente, dass man sagt Schmutz. Dass man sagt, das ist Schmutz. Und die armen Kinder, ja, dabei haben die gar nicht den Vergleich, so, die juckt das gar nicht. Und manchmal ist es dann einfach eine wirklich gute Fortsetzung, wenn auch in einem anderen Stil. Und ich denke, da haben die wenigsten von uns dann einen auf Analytiker gemacht und erst mal eine ganze Staffel geguckt und dann da gesessen mit Brille und Notizblock, und dann aufgeschrieben, was jetzt schöner, besser läuft und nicht. Das sind, glaube ich, glaube ich, eher solche Faktoren und Komponenten, die da zusammenkommen, die ich eben angeschnitten habe. Zumindest häufig, ja. Okay, Leute. Es geht schon wieder los. Also, wir merken auch langsam, vor allem bei Jaina, den Gear-Unterschied, wie schnell wir doch die erste Phase aus dem Leben prügeln. Also, wenn wir jetzt nicht nur die guffligsten aller Twings versammelt haben auf dem Dienstag, was ja noch ein bisschen aussteht, noch ist nicht Dienstag, keine Angst, ich formuliere das lieber nochmal um, dann haben wir ja mittlerweile durch Vierer-Sets, Doppel-Lego und Easy-Nach-Requip-Möglichkeit in Serraten-Mortis doch einen deutlich höheren GS als noch vor einigen Monaten und dadurch fliegen wir hier glücklicherweise auch ohne ekelige Überschneidungen. Zumindest meistens, ja. Easy peasy an ihr vorbei. So sieht's nämlich aus. Den Trailer zu Ship & Shep schon gesehen. Nein, ich glaube tatsächlich nicht. Nein, die Ritter des Rechts oder wie war das? Ja, das war auch ziemlich wild. Allgemein gab's auf einmal so einen Drop und auf einmal saßen alle in Flugzeugen, oder? Ship & Shep, Captain Baloo, holy fuck, auf einmal hatten alle das Fliegen entdeckt. Wilde Zeiten, sag ich da. Okay, nächstes Abbild und dann sind wir schon wieder an ihr dran vorne. Nochmal die freundliche Erinnerung. Gerne alles machen am Boss, vor allem Flächenschaden, damit wir die Eisblöcke in den Griff bekommen. Aber den Boss selber bitte nicht unterbrechen. Das wäre sehr, sehr doof, wenn wir das so hinbekommen. Ich dachte kurz, du hast die Realität komplett aus den Augen verloren. Ja, das kann vorkommen, Marv. Erinnert euch an gestern, wo wir LFR anmelden wollten und ich sag noch so, ja Leute, denkt dran, eure Rolle nochmal zu checken. Ja, haben auch alle gemacht, außer ich. Also da bin ich leider ordentlich fehlerfrei. Wie es so ist. Insofern kann man das bei mir auch regelmäßig hinterfragen, wie das jetzt gerade wieder bei dem komischen Onkel aussieht. Und ob der da nicht selber irgendwie einen Haufen Scheiße am Stecken hat. Nicht mal Drecks, sondern gleich Scheiße, weißt du. Unangenehm. Wir haben leider eine ziemlich doofe Verkettung gerade von Positionen, aber das kriegen wir noch hin, Leute. Kann ich ein Zeichen setzen? Kann ich nicht. Boah, ist natürlich ärgerlich. Wir haben einige auf dem Weg verloren, aber nicht alle. Was wir jetzt brauchen ist Fett Ae, Leute. Bam Ae. Bang Ae. Jaina ist schon angreifbar, das heißt ab jetzt sind wir offiziell langsamer als in den vorherigen Runs, aber maybe kriege ich die hier auch noch raus, die Kollegen, jawohl. Ah, ist ein bisschen Pain. Ne, ein bisschen Pain. Bodeneffekte gehen auch wieder nicht, aber das kriegen wir trotzdem hin, glaube ich zumindest. So. Ah, ich glaube, das können wir nochmal machen. Schade, hätte ich nicht gedacht. Wo haben wir so random verschissen? Hier auf einmal, ne? Hier ist so eine weirde Verkettung entstanden, wo auf einmal vier, fünf Leute auf der Strecke blieben. Ja, kann passieren, ne? Einmal doof gelaufen, vier Leute irgendwie die Eisblöcke abbekommen, keiner guckt in den Rückspiegel, zack, fehlen die, um alle rauszuholen. Passiert. Machen wir nochmal und versuchen das diesmal noch ein bisschen cleaner hinzubekommen. Bleibe vielleicht einmal mehr stehen oder so, ne? und dann können wir uns da nochmal sammeln. So sieht's aus. Craft, fahr mir ja gerade für die Teppich, Freunde, die T-Mog-Waffen von MOP, aber du hattest gelogen, herstellen ist gar nicht so schwierig. Freischalten ist das Schwierige. Ah, gucke, ich wieder. Dann muss man diese komische Schmiede der Schöpfung oder so auf der Insel des Donners freischalten. Weißt du, wie das geht? Boah, ich glaube, das habe ich damals gemacht. Aber MOP ist wieder da zu lange her, da habe ich keine Details für dich. Ich hätte jetzt gesagt, das passiert im Rahmen der normalen Insel des Donners Kampagne, aber wie, wann, was dazu gehört und wo das anfängt und so, das kann ich dir leider nicht sagen. Vielleicht hat es irgendwer anders noch im Kopf. Ansonsten gibt es bestimmt brauchbare Guides, weil das war ja damals eines der Dinge schlechthin, ja, die man haben wollte. Und vielleicht findest du da sogar noch einen alten Artikel, der jetzt aber für das, was wir da vorhaben oder du in dem Fall top aktueller nicht sein könnte, ne? Aber, boah, da bin ich, was die Details angeht, definitiv raus. Sorry. Also ich kann mich nicht beschweren, dass du gestern deine Rolle verkackt hast. Dadurch konnte ich ja wieder als Tank mit. Ja, das Leid des einen ist das Glück des anderen, ne? So kann man das durchaus sehen. Und da haben wir ja häufig auch Glück, dass wir bei den LFR Runs eigentlich immer ein paar Leute haben, die noch umspecken können, ne? Und deswegen ist das eigentlich selten eine Katastrophe. Ja, das kommt uns eigentlich jetzt auch nicht gelegen, aber so ein Ausgleich zumindest kriegen wir immer wieder hin. Hast du das Archäologie-Drohnen-Mount? Ja, habe ich mich damals durchgequält tatsächlich, beziehungsweise als ich es dann aktiv gefarmt habe, war es schon ein bisschen einfacher. Da habe ich nur in MOP die Mantis-Relikte gefarmt, die dann verpackt und dann kann man die im Heim des Wissens bei den Archäologie-Villies ja eintauschen, ne? Farmst du quasi nur MOP und tauschst dann die Relikte dort gegen die, die du haben willst, in dem Fall Tollvia und dann muss man nicht Kalimdor immer hoch und runter und wieder runter und hoch farmen, ne? Das heißt, da konnte ich ganz einfach tauschen. Da muss man natürlich immer noch einen Haufen Glück haben, dass das Mount dann quasi als Projekt auch progt, ja? Und der Zeitaufwand war trotzdem nicht ohne, aber zum Glück musste ich nicht nur Kalimdor von ganz oben nach unten, dass dann ganz unten auch mal Ausgrabungsstätten der Tollvia spawnen und dann wieder ganz oben in Winterquell und wieder runterarbeiten bis unten, was ist, da kotze ich ja allein bei der Vorstellung, ne? Das geht zum Glück mittlerweile ein bisschen geschmeidiger, aber das war trotzdem Pain. Dennoch wollte ich es unbedingt haben. Ja, ich war damals, wie auch heute, immer neidisch auf die Scarab Lords, ja, auf die Scarabeos-Fürsten und das war eben das eine Mount, was ja mit am nächsten an diesen Gedanken, an diese Fantasie anknüpfte und darum gab es da auch keine Diskussion, ne? Da musste auf jeden Fall in meine Sammlung rein. so, Freunde, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt hier nicht allzu viele verloren haben, wie gerade eben und dann machen wir uns jetzt hier schön bei Jaina hin, versuchen beim X zu kuscheln, damit wir nur aus einer Richtung die Eisbälle abfangen und nicht rund um sie herum ständig eingefroren werden und dann sind wir diesmal auch deutlich besser in der Zeit. So wollen wir das haben. Jannik, Hallöchen. Insel des Donners muss man Punkte sparen für den Erfolg. Ja, Malverid war ja auch eine Zeit lang, ne? Jetzt in MOP irgendwie hier Mogushan, da ein bisschen Scha und Undas, da hier ein bisschen Insel des Donners und da hat er gar nicht so viel von erzählt, ne? Ich glaube, es gab zwei, drei Beiträge zu dem Tun da und das ist immer gefährlich so. Wenn Malverid nicht allzu viel dazu erzählt, dann ist es immer richtig gefährlich. Dann ist der Farm akuter Schmutz. Ja. Es gibt auch Kinderserien, bei der die Neuauflage um Weiten besser ist als das Original. Ich sag nur Shira. Die alte Serie fand ich schon als Kind total langweilig. Die neue dagegen war total spannend. Siehste? Ein Gegenbeispiel. Ich meine, letztendlich ist es natürlich auch immer super subjektiv. Aber ich denke, dass man neben dem generell subjektiven dann diese nostalgische Komponente noch mit reinbringen kann und die natürlich gerade bei Sachen aus der Kindheit nochmal ein bisschen mehr reinkrittet. Weil sowas will man natürlich immer erhalten. Ich meine, das kennen wir von Serien, das kennen wir von Spielen. Ich meine, die ganze Classic-Debatte war ja anfangs eine einzige Nostalgiedebatte. die viele Leute derart verzerrt waren, dass sie wirklich dachten, das ist jetzt schwer und niemand wird jemals Ragnaros legen. Und ja, dann haben es Leute gemacht, die nicht mal Level 60 waren. Und dann hat man langsam rausgefunden, ach so, nicht das Game war schwer, sondern wir waren alle genauso scheiße in dem Game wie unsere Hardware. Und dann hat man da plötzlich immer mehr auch, ich sag mal, objektive Gründe gesehen. und das hat dann einige Bilder stark verändert. Und das kann natürlich genauso bei auch anderen Beispielen funktionieren, in die unterschiedlichsten Richtungen. Was jetzt nicht heißen soll, dass man dann sagt, ja, das ist ja totaler Müll, ich hasse das. Oder das ist ja super geil, das liebe ich jetzt. Das muss ja dann gar nicht in andere Extreme gehen. Aber so kann man dann doch Blickwinkel dazu gewinnen, was auch immer man mit denen dann anfängt oder halt nicht. Das ist einem natürlich selbst überlassen. Wie sieht's aus, Freunde, mit dem Loot? Leider denkbar schlecht. Denkbar schlecht. Es gab zumindest ein Schwert, aber ansonsten eine Menge Müll. Danke trotzdem für den fabelhaften Run. Wenn auch anfangs mit kleineren Problemen, aber das kann immer passieren. Ja, manchmal sind wir einfach an Lucky, dann kommt da irgendein Sturm mehr lang, da eine Flocke weniger und schon ist große Verwirrung. Das bleibt nicht aus, ne? Das bleibt nicht aus. Gut, ich würde sagen, wir schaffen noch so zwei, drei Runs, ne? Ich denke, das ist auf jeden Fall noch drin. Ich habe hier meinen Healschami dabei, da kann ich wieder heulen, wenn ich meinen Regen nicht setzen kann. Oh, Freunde, könnt ihr jetzt auch schon mal den Ton ausmachen für den nächsten Try. Und dann, dann, dann mache ich unseren Heiler. Dann machen wir Poisschen mit Giveaway und Gildeninvites. Wer also schon länger auf einen Invite wartet oder jetzt die Gunst der Stunde nutzen möchte, das Gildentool ist leider nach wie vor verbuggt. Ich kann nur sehr random und schon gar nicht alle einladen, warum auch immer. Deswegen laden wir im Rahmen der Pausen, im Rahmen der Giveaways immer am Wochenende mal manuell ein. Und danach wollten wir einen kleinen Städte-Raid machen. Das zumindest ist so der grobe Plan für heute. Fühlet euch frei denn. 1200 Trice für das Schwert bis jetzt. Soll ich mehr erzählen? Nein. Nein. Diese Geschichten, die darfst du gern bei dir behalten und sie langsam hochkochen lassen, bis sie dann hoffentlich zeitnah in einer positiven Story enden. Nämlich mit 1205 Trice und das Schwert ist endlich meine herrliche Sache. Himbeer hier. Okay. Wo wollte ich jetzt hin? Das war Alor. Jawohl. Creep Lash 2, falls du das hast und auch im Stream spielen willst, ansonsten Gartic Phone. Habe ich glaube ich nicht. Kann ich aber mal gucken, dass ich mir das hole. Dann könnten wir es damit reinnehmen. Aber dann machen wir runde Gartic Phone erstmal. Chloa. Und dann können wir darauf gern zeitgemäßer Weise zurückkommen, wenn das okay ist. Also ist es. Sonst hättest du es nicht geschrieben, nehme ich an. Machen wir. Ja, danke für das Wunschgame. Ich habe noch eine Serie, die nun 3D und in meinen Augen grauenhaft ist. Monster High. Die alten Zeichnungen fand ich ja nice, aber mit dem 3D kann ich mich nicht anfreunden. Ja, das sind eben häufig schwierige Sprünge. Manch einer im Chat sagt jetzt, ich bin auch Monster High 3D, Allah. Das meinen wir aber nicht, ihr Stinker. Wir reden von der Serie. Ja, das sind eben wirklich auch Sprünge, wo man Charaktere manchmal gar nicht so wiedererkennt. Ja, weil man dann ja doch ganz andere, ich sehe das immer bei den Pokémon Sprites, die sich ja auch verändert haben in dieser Form, ganz andere Wesenszüge und so weiter auf einmal sieht, die einem vielleicht gar nicht mehr gefallen. Oder wenn ich mir Maboi Tornubtu zum Beispiel ansehe, ja, aus der Jotogen, aus der zweiten, die Endentwicklung von Feurigel und ich gucke mir den 2D-Splash an, ja, und da hat er immer so einen Feuerring um seinen Hals, ja, und im 3D nicht, da sieht er halt aus wie so ein angebranntes Baguette, ne, und das kann schon weird sein, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Sasa Corina, hi, zwergischer Lord, Hallöchen, Wochenende, uhlala, viel zocken und schlafen, so wollen wir das haben, einwandfrei. Okay, organisiert, benutzerdefiniert, Gruppe Lohl, L-O-H-L und dann nächste Runde Dazar, liebe Freunde, schauen wir mal. Bisher lief das ja ganz gut, der eine Vibe eben, wie gesagt, das ist einfach, sollte nicht sein, ja, Wahlkategorie sollte einfach nicht sein, das ist hin und wieder so, deswegen grämen wir uns da gar nicht, ich lade hier noch einen Heilerkollegen ein, das ist super, dann muss ich da gar nicht so alleine schwitzen, unsere Tankfreunde hebe ich noch ein bisschen aus, klingt immer böse, ne, wenn ich euch so fies objektifiziere, Leute, aber das ist letztendlich, oh, zu unser aller Wohl, was haben wir vorhin gesagt mit dem Tool, das random abschmiert, hör mal, was ist da denn los, und jetzt wird es nicht mal mehr anmelden, ich kriege Sonnenhals, ne, äh, ja, aber liebe Tanks, euch werde ich jetzt natürlich auch ein bisschen verschieben müssen, weil meine Tanks sind ja auch durch, ne, die sind einfach durch, das heißt, eure Zeit ist quasi gekommen, wenn auch nicht zwangsweise in diesem Run, weil jetzt sind wir erstmal voll und was habe ich gesagt, zwei wollten wir noch machen, ne, also mit dem jetzt drei, aber dann noch zwei, wer ist denn hier in der Gruppe, Junge, ist es denn die Möglichkeit, der Mute Man, der Balkonbursche, Seppo, Allah, ist ja am rumwuseln, schöne Sache, ha, ha, schön sie zu sehen, Ronald, schön sie zu sehen, Crave, wenn du Gilden Invite machst, kannst du dann auch mein Twink bei den Teppichfreunden einladen, kann ich auch machen, ja, kann ich auch machen, den einen Char, den kriegen wir dann vermutlich auch noch hin, du hast das Schwert selber bestimmt auch, oder, hab das einfach in meinen Vorlagen drin, keine Ahnung wann bekommen, sehr wahrscheinlich, als wir den spezifischen Persolut in Legacy Content hatten, da habe ich auch 20 mal das Schwert vom Baron bekommen, bevor das Mount gedroppt ist, ich glaube, das habe ich tatsächlich nicht, ich bin mir nicht sicher, das ist so eine Geschichte wie mit dem Leggy Bogen aus Sunwell, das droppt nicht selten, aber wenn es droppt, dann auf den Schamanen, ja, oder auf den Magier, der Klassiker, mit dem achten Monat, vielen Dank, Kiwi auf Pizza ist der Game Changer, ich ziehe das Danke hiermit zurück, mein guter, deine Tweets in letzter Zeit, ne, geht ja gut nach vorne, hör mal, finde ich immer sehr spannend, damit reinzulesen, und probiere selber aus, so in der Veggie Bubble immer gern ein bisschen aus, da ist der Maurice richtig auf Vordermann, muss dann ja mal lobend hervorheben, mein, bei den Antworten ist manchmal schwierig, aber das kennt man ja, das kennen wir, gibt es eigentlich Voraussetzungen, um an den Runs teilzunehmen, du musst recht schnelle Finger haben, je nachdem, wie viele anmelden, ist die Gruppe nämlich recht zügig voll, und ansonsten musst du einfach Horde sein, und wir sagen so ab GS 200, ja, so in diesem Dreh, 200er GS ist ja momentan nicht wirklich ein Problem, ja, weil, Serret Mortis für 500 Anima kriegt man jedes Item auf 226, also, da kann man sich ja recht zügig equippen, deswegen wäre jetzt vielleicht so, boah, gerade wieder angefangen, GS 200, Junge, wie soll ich das denn schaffen, ja, einfach ein bisschen Serret Mortis, ein bisschen Anima, dann seid ihr schon easy drüber, und wenn das passt, dann kannst du ruckzuck mit rein, wir listen immer im Gruppentool unter organisierte Gruppen und dann benutzerdefiniert, und dann bist du herzlich eingeladen mitzumachen, ja, definitiv, mit Gegenwind muss man rechnen, auch wenn ich manchmal aus dem Kopfschütteln nicht rauskomme, das glaube ich sehr gern, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Primus dahinter steckt, der zieht die Fäden des Wahnsinns, ja, ja, manchmal sind Twitter-User auch nur Diener der alten Götter, und da sind wir wieder, Leute, so schließt sich der Kreis, wir hüpfen vom Schiff, Leute, ich sag ja immer, keine Sorge, ich bin Heiler, es wird uns an nichts mangeln, außer eben Heilung, dementsprechend hab gerne einen nervösen Finger an einem Gesu oder einem DevCD oder ähnlichem, aber das Gute ist ja auch, wir haben einen sehr, sehr passabel, sogar mehr als passabel, equipten Heiler Kollegen noch mit dabei, deswegen habe ich eigentlich keine Angst, zumal mein Regen auch funktioniert, können wir uns hier nochmal kurz sammeln und dann geht das auch schon weiter, wunderbare Sache, jawohl, ah, guck mal, Mensch, da sieht er gut aus, hier den nächsten Regen hin, bevor ich einfriere, ach Leute, das läuft, schön, langsam, jawohl, wie so Schildkrötenbabys, ne, Schildkrötenbabys, was war das in dem Böhmermann Video letztens, holy shit, von 1000 Schildkröten, die schlüpfen, überlebt eins, Junge, die Natur, ne, die ist manchmal auch nur dazu da, damit man heult, oder wie, die armen Schildkrötenmann, die Süßis, wir haben letztens, auch letztens im Urlaub, haben wir so eine Natur, Natur-Doku angefangen mit Tierbabys, ja, und wir haben bei der Hälfte einfach aufgehört zu gucken, weil bei der Hälfte fing das dann an mit, ja, die süßen Löwenbabys, die wagen sich jetzt auch ins Revier vom Geparden und, äh, die Robbe ist jetzt alt genug, um allein bei den anderen Robben zu bleiben und die Mama geht ins Meer und lässt das allein, ja, was soll passieren, dann machen wir aus, war ne schöne Doku, war ne schöne Doku, ja, und fertig ist die Laube. Das liegt aber am Stil, man kann auch 3D-Modelle so machen, dass die wie klassische Cartoons aussehen, da hast du völlig recht, aber das haben anscheinend eher Anime bisher umgesetzt, alles was man dafür braucht, sind die richtigen Texturen und die passenden Shader. Ja, da dauert es ja auch manchmal so ein bisschen, bis sich so Stilelemente, äh, richtig, naja, was heißt entwickelt haben, richtig verbreitet haben, na, wer weiß, ob da vielleicht mal irgendwas von den jeweils anderen aufgegriffen wird oder auch nicht, ne, das hängt ja dann auch immer von den Animationsstudios ab, das sieht man ja auch bei diversen Anime ganz geil, wenn man jetzt bei One Piece zum Beispiel den Wano Arc mit einem der Älteren vergleicht, also ich weiß nicht, was beim Aktuellen geraucht wurde von den Animatoren, aber heilige Scheiße, das ist ja nur Unterschied wie Tag und Nacht, ne, auf einmal sieht der wöchentliche Anime von der Qualität her aus wie einer, der nur einmal im Monat kommt oder so ein Shit mit einer Folge, ne, das ist ja manchmal verrückt, was da mittlerweile auch gibt und nicht sicherlich steckt auch immer Geld irgendwo dahinter, ne, aber manch einer wird da auch in einem gewissen Stil einfach treu bleiben wollen, ne, so traditionalistisch und dann guckst du vielleicht als Verbraucher auch in die Röhre, ne, und denkst du, hä, das sieht total scheiße aus, warum machen die das nicht schöner? Wieso denn nicht? Mann, Freunde, Dankeschön für diesen wunderbaren Run, einwandfrei, zwei wollen wir noch machen und ich denke mal, zwei kriegen wir auch hin, na, das läuft. Bei Tornuktu haben die Designer einfach nur verkackt und waren eventuell blind, das sieht ohne Flammen einfach bescheuert aus, ja, meine ich, wie so ein, wie heißen die denn, das Gebäck hier, so Liebesknochen, so eine Schokobohnen, das heißt bestimmt auch wieder überall anders, aber so sieht das für mich aus, ne, Feurige und Igelawal, dasselbe, ne, das sind die Vorentwicklungen, könnt ihr ja mal googeln, viel Spaß beim Schreiben, wenn man es nicht kennt, das sind Pokémon und Digimon und so ja immer die Endgegner häufig, ne, aber das ist ein Eclair, so, Marv, sehr gut, ein Eclair, genau, ja, diese Richtung, will man reinbeißen, aber kämpfen, will man damit dann irgendwie nicht, es ist merkwürdig, ja, sehr merkwürdig, also ein paar Leute machen es einem echt schwer, den Longboy zu schnorren, entweder maunten die einfach um, renn weg und selten wispern sie einen an, um einen auszulachen und als Arm zu beschimpfen, herrlich, imagine, du beschimpfst jemanden in fucking WoW als Arm, holy shit, ja, dann ist einiges, glaube ich, falsch gelaufen im Leben, aber gut, so hatte dann dieser Mensch auch etwas Freude, im Rahmen der Wüstenbeschimpfung, aus dem Weg, geringen Verdiener, das ist dann das Motto, herrlich, ja, eine von tausend wird erwachsen, das war die Formulierung, genau, stell mal vor, bei Menschen würde nur einer von tausend 18 werden, ja, vielleicht ist das so, und dann sind wir die überlebenden Leute, ja, GG für die Menschheit an der Stelle, oder, schön, wer hat überlebt, die WoW-Nerds wieder, ja, danke für gar nichts, Natur, wird eine, eine tolle nächste Generation dann mit uns an der Spitze, ich komme mit meinem Hunter, Freunde, müdisch, ist eingestellt, dann wuseln wir mal rüber und machen gleich wieder ein Grüppchen auf, der vorletzte Jaina Run, wird das sein, zumindest für heute, dann können wir am Dienstag, denke ich, noch die ein oder andere ID verbraten, dann machen wir weiter mit so ein bisschen Giveaway, Gildeneinladung, sonst was gelöten, verbinden das auch mit einem kleinen Päuschen, so 3, 4, 5 Minuten, und dann wollten wir ein Städte-Raid machen, und nach dem Städte-Raid müssen wir gucken, wie es zeitlich aussieht, vermutlich nicht mehr so gut, dann haben wir als Wunschgame noch eine Community-Runde Gartic Phone, da wird wieder gezeichnet, ja, also man könnte sagen, es wird heute für die Optik immer schlimmer, das ist so der Verlauf, der ansteht, ich muss wirklich mal wegen meiner Tagesplanung mit meiner Chefin und der Family reden, nicht genug Zeit zum Zocken, der Beweis, Opet ist aus der Gilde geflogen, berechtigt, war zu lange nicht on, sie ist ja auch nur ein Twink, aber traurig war ich trotzdem ein bisschen, da merkt man dann so, hoppala, da war ich wirklich lange nicht on, so schnell geht das hin und wieder, allein wie die Robbe in der Doku schon davor zwei bis dreimal fast getötet worden wäre, nee, brauch einfach nur süße Tierbabys, der wäre safe einst gestorben, ja und das ist zu viel, können die süßen Löwen nicht einfach leben, in meinem Kopf tun sie es, so, Freunde, die Krabbenmenschen greifen an, das heißt, es ist höchste Zeit, die Gruppe aufzumachen, organisiert, benutzerdefiniert, Gruppelol, L-O-H-L und dann geht das auch schon wieder rein, einmal Abfahrt, Liebesknochen ist in meiner Welt definitiv kein Süßgebäck, das dachte ich mir, ihr Schlawiner, deswegen habe ich auch gleich nach anderen Begriffen gesucht, dass wir uns da auch verstehen, sonst wird das schwierig, wenn ich Nintendo antwiete mit, warum sieht der jetzt aus wie ein Liebesknochen, Junge, ja warum bin ich jetzt geblockt, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, so, wir haben noch Tanks dabei, jawohl, es ist noch Suppe da, liebe Leute, einwandfrei, dann können wir, wenn wir für die nächsten Run noch ein paar haben, jetzt noch einen Heiler mitnehmen, weil jetzt haben wir ja nicht mehr allzu viel Platz auch zum Verlagern, sage ich mal, und dann können wir für den nächsten Run quasi mitnehmen, was noch da ist, auch geil, am Anfang so, ja, ich will eigentlich keine Mitspieler objektifizieren, und jetzt so, ja, dich packen wir einfach dahin, dich lagern wir ein bisschen da drüben ein, und du kommst in die Tiefkühltruhe, könnte auch ein Intro für so ein True Crime Podcast sein, aber ich hoffe, ich hoffe, das wird nicht so sein, holy shit. Heute wieder das monatliche Classic Zocken, man will ja Max Level werden, am besten noch vor Craft, auch wenn es ein knappes Rennen wird, und ja, momentan macht mir das segmentierte Leveln doch Spaß, also segmentiert so alle drei Tage 20 Minuten für die YouTube Let's Play Folge, ne, und auch wenn da wieder richtig schlimme Sachen mit dem Gruppenquest kommen, das kann ich euch schon mal spoilern, dann bringt es doch eine Menge Freude, weil bei vielen Quests ist ja auch einfach nur geistlos draufhalten, ab und zu hinsetzen und raggen, und dann wieder durchziehen, kann man schön entspannt labern, ja, und ist nicht ganz so schlimm wie Iron Man oder Darkest Dungeon momentan, also, da flattern die Nerven ja in jeder Folge, ne, und dann setze ich an für eine Geschichte und zack, muss ich aufpassen, dass nicht alle krepieren, inklusive mir, also, holla, unangenehm. Digga, was für Liebesknochen, ja, da weiß man auch nicht, traut man sich jetzt das so zu googeln, ne, auch Liebesknochen Ostdeutsch, also, da findet man vermutlich seltsame Tinder-Profile, ich kann das auch nicht gut heißen in dieser Form. Nero, mit 19 Monaten, Buja, vielen Dank, Dankeschön. Tini, hi. Wer bei Schnee an eine schöne Winterlandschaft denkt, hat ja als Geringverdiener nichts verloren, Hashtag T3-Stab. Ja, Don ist auch so ein Big Boy oder Long Boy Besitzer, ne, vielleicht beides. Big Boy war, glaube ich, auch die fette Granate in Fallout, ne. Ah, es hat der Don alles dabei, weiß ich ganz genau. Grad YouTube aufgemacht, wird mir ein Video von dir vorgeschlagen, wo, wechers vom 8.05.2012, was zum Fick, ja, das ist immer kein Witz, wenn ich sage, geht bitte nicht auf meinen Kanal und sortiert nach alten Videos zuerst. Das ist, äh, mutig. Ja, hin und wieder findet man bestimmt eine interessante Perle, aber an sich waren das andere Zeiten in vielerlei Hinsicht und manchmal ist es ganz witzig, wenn der Algorithmus spinnt oder irgendwer einen Guide von Kata sucht oder MOP und dann schreibt, yo, Craft, irgendwie, da komme ich auch nicht vorbei an deinen Videos, Alter, jetzt wollte ich ja einen Guide suchen für irgendeinen Erfolg im Jade, weil da quatscht der mich schon wieder voll, ne, es ist, ist verrückt. Jaina fürs Mount oder was gibt die noch? Jawohl, für das Mount, also einige brauchen hier vielleicht auch noch die Schildhand oder das Schwert, aber ich glaube, die Mehrheit, äh, kommt tatsächlich für das, Mount mit, ja, ziemlich sicher. Gut, Leute, dann, wie gehabt, bitte den Boss nicht unterbrechen und ansonsten draufzwirbeln, kein Kampfrausch in der ersten Phase. Ja, und das beste Hoffen, das zumindest ist das Ziel. So, löd ich auch mal ein bisschen rein hier. Äh, ich hab mein Pad nicht draußen. Ich wollte gerade sagen, wait, warum funktionieren meine CDs nicht? Junge, gut, dass ich kein Hunter-Main mehr bin. Wie war das in der Spongebob-Folge? Mit dem, mit den fliegenden Hosen, Junge? Es ist Kanonenkugel Jenkins. Ich bin froh, dass ich kein Bauer mehr bin, Junge. Da sehe ich mich aber auch in diesem Moment, ganz ehrlich. Los geht das. Und wir sehen, der DPS ist noch real. Hä? Zeppo ist schon wieder drin. Zeppo ist einfach überall, ne? Zeppo hat so 50 Charslots voll. Und zwar auf jedem Server einen Hexer namens Zeppo, der komplett geisteskrank geil equipt ist. Und das ist einfach nur wunderschön. Also, Winter und Wunder schön gleichermaßen. Jetzt habe ich Bock auf Windbeutel, Junge. Schön mit Sahne gefüllt. Grüße an Gnolde gehen raus. Beim Städte-Raid aber aufpassen, dass du aufgemountet bist. Nicht, dass du wieder vom Berg runterfällst. Es gibt so ein paar Sachen, die hätte ich mir einfach nicht leisten dürfen in der Vergangenheit. So was vergesst ihr, Stinkebiber, wieder nicht. Ja, naja. Bisschen verdient habe ich es mir ja auch mit solchen Aktionen, ne? Ich bin ja nicht unschulig, was das betrifft. Gut, wir sammeln uns hier nochmal kurz. Ah ja, das war perfektes Timing mit dieser Ansage. Und gucken, dass wir vielleicht den ein oder anderen noch rauskriegen. Na, meine Pets, auch der Krieger ist da dran, aber ich kriege es leider nicht mehr in Sichtfeld. So, jawohl, konnten wir den Kollegen noch retten. Wenn er mein Timing hatte, dann ist er in der Sekunde rausgekommen, wo der Sturm ihn getroffen hat, ne? Und dann ist er jetzt doch zurückgeflogen und wir werden ihn nie wiedersehen. Aber ich glaube, wenn wir die Verluste ab jetzt minimieren, wo das schon sehr gefährlich aussieht da hinten, ich glaube, wir laufen doch ein bisschen gesammelter. Dann ist er immer noch machbar, weil wir sehr guten Schaden dabei haben, aber auch der Breste Schaden bringt uns nichts, ne? Wenn wir keinen mehr haben, der uns aus den Eisblöcken holt. Darum flitze ich auch mal noch schnell weiter vor. Jawohl. Gucken wir, dass wir die Abbilder kaputt kriegen. Das minimiert ja auch so ein bisschen das Chaos. Und dann sind wir schon bei Jaina dran. Ja, also die, die hier leben, Junge, was geht denn mit dem Schaden ab? Waren die Eisblöcke je da? Wenn wir einen Eisblock zerstören und niemand hört es, ist er dann überhaupt zerstört? Diese Fragen müssen wir uns stellen. Schön beim X-Kuscheln, Freunde, genauso weitermachen und dann kriegen wir Jaina auch in Unterzahl runtergezergt. Wenn auch nicht schön, dann zumindest auch nicht selten. Ja, so sieht es nämlich aus. Städte Raid, sagt Server, muss die Zwerge verteidigen. Ja, Ehre, ich sehe dann den zwergischen Lord so in voller RP-Manier da stehen. Mit seinem Zwerg, mit seinem auch wirklich sehr schönem zwergischen Mock. Und wir kommen so mit 40 Leuten um die Ecke, einer haut einfach einen Todesgriff auf ihn und er wird zertrampelt und liegt dann da. War ein geiles RP-Event, Leute. Das sagt er dann einfach schön. Craft, warum betreibst du schon wieder Vulpera-Mobbing? Ich war nur nur 3 Sekunden im Ladescreen. Ja, du weißt, ich kann nicht anders. Es ist irgendwie ein Teil von mir, ja, und ich kriege es auch nicht mehr raus. Was Google beim Liebesknochen ausspuckt, die deutsche Bezeichnung Liebesknochen leitet sich wohl von der Form des Gebäcks ab. Länglich, an den Enden manchmal ein bisschen dicker. Aufgrund der Form sind Eclairs auch unter den Bezeichnungen Hasenfote oder Kaffeestange bekannt. Junge, Kaffeestange ist ja mal komplett krank, oder? Sitze so schön vornehm beim Kaffee, ja, mit einer feinen Dame irgendwo auf einem Schloss aus so einer Kaffeeterrasse, ja, und dann so, oh, James, reiche er mir das Eclair und du so, rülpsen, Bierechsen und dann, ich nehme mir noch eine Kaffeestange. Junge, ja, da sehe ich uns aber auch ein bisschen eher, muss ich gestehen, davon abgesehen. Gib mich mal die Kaffeestange, weißt du, ja, damit man schön auch rühren kann, ne, dass die Schoki so ein bisschen schmilzt und dann rein in den Schlund, als wäre man eine Seele in den Schatten landen. Ausgezeichnet. Naja, ist aber schön, wenn du die alten Videos noch nicht gelöscht hast, so kann man irgendwann schön sehen, wie du dich entwickelt hast. Ja, hoffentlich positiv, ne, das ist auch so ein bisschen der Hintergedanke dabei. Zum einen ist es natürlich eine schöne Erinnerung, zum anderen, ja, ist es wie so ein Weg, der quasi markiert wird. Jetzt nicht im Hundestil zum Glück, aber, ja, sieht man, was so passiert ist, ne, und das kann ganz cool sein. Das kann auch sehr kacke bis peinlich sein, aber überwiegend, würde ich behaupten, sehr cool. Miss Müde, Hallöchen, ah, Hallöchen, ja, jetzt konnte ich gar nicht reden, war nämlich aufgeregt, weil, vielleicht kriege ich ja durch die Begrüßung von Miss Müde jetzt ein Mount, Leute, schade, wäre ganz geil gewesen, so ein bisschen Zauberstaub abgefärbt, aber nee, nee, war leider nicht drin. Scheiße, Refusion, Hallöchen, Grüße. Also, einen Longboy habe ich, aber nicht ingame, Lul, leider weder noch, bin doch nur so ein mieser Nerd, habe nicht mal genug Gold für einen Mockmount, Alter, das ist, das ist schon ein bisschen Cringe, Brudi, muss man jetzt einfach mal sagen, auf gut Deutsch, aber der Run, der war dafür wirklich schön. Vielen Dank fürs Mitkommen, vieles Dankes, wer guckt hier schon wieder? Das ist Seppo wieder, oder? Ja, Seppo denkt sich jetzt, wenn Twitch mich ausspioniert, dann kann ich das auch andersrum. Ausgezeichnet. Der Deke mit dem Todesgriff bist dann du. Natürlich eine fiese Unterstellung, ich glaube, ich komme genau deswegen auch mit dem Dudu mit, einfach, damit das nicht passiert. Outsmarted, Schion, ich bin unschuldig, ich wasche meine Hände in Unschuld. Okay, eine Runde wollten wir noch, mit dem Hexi. Ja, mit dem Hexi geht das. Noren Red, mit 13 Monaten, vielen Dank. Denk an Poseidon auf Kel'Thuzad, ich sitze am üblichen Ort, beim Kaktus, unter den Bäumen. Das freut mich sehr. Ich werde versuchen, dran zu denken. Erwähnst du nicht immer wieder mal, dass du Videos rausnimmst? Ja, aber nicht alle. Also, einige, die sehr schlecht gealtert sind, einige, die qualitativ einfach nicht mehr überzeugen, also so in gar keiner Form, die wirklich akut schmutzig sind, ja, oder auch welche, die einfach sehr unangenehm sind, beziehungsweise, abgesehen von diesen Gründen, auch hin und wieder einfach zu Übersicht zwecken. Ja, wann wurde gerade gesagt, war dieses Video von 2012 oder so ein Bums, in diesem Dreh? Stellt euch vor, ich würde all diese Videos und Playlists online lassen. Also, da würde ja gar keiner mehr klarkommen, ich selber auch nicht, ne? Heute entdecken ja immer noch Stammzuschauer, ähm, irgendein Projekt, das sie bisher nicht gesehen haben, aufgrund der ganzen Playlists, ne? Letztens hat jemand, der regelmäßig kommentiert, gesehen, dass ich auch Pokémon-Playlists habe. Also, da muss ich auch allein wegen der Übersicht, ne? Ab und zu mal ein bisschen reduzieren, dann lösche ich die auch nicht, sondern setze die nur auf Privat, ne? Die sind also nicht völlig weg und deswegen, ja, wird da immer mal aufgeräumt aus diesen Gründen, aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, gut, alles von 2015 muss jetzt brennen, ne? So extrem dann auch nicht. Abo, Hallöchen. So nicht, sagt sie nur. So schon mal gar nicht. Schön. Aber weißt du, der Eintrag unter dem Rauskopierten ist gut, weil er fängt folgendermaßen an. Eclairs, das Geheimnis der französischen Liebesknochen. Da habe ich mich nur aber nicht drauf zu klicken getraut, das kann ich verstehen, ne? Französische Liebesknochen, Freunde. Schön. Ich kenne so ziemlich alles, Bro. Ja, einige, die auch schon sehr lange dabei sind, die haben sich, glaube ich, auch viele Sachen gegönnt, wo ich manchmal auch nicht weiß, ob das gut für sie ist. Der zwergische Lord kommentiert manchmal random irgendein Let's Play von 2014. Christa schaut immer mal wieder gern bei Dead Space rein, ja? Also, da haben einige auch ihre feste Wege, in all diesen Datenstrukturen und das ist natürlich wunderbar, ja? Das ist natürlich dann immer ganz schön zu sehen, wenn auf einmal so ein arschaltes Video, zack, wieder einen Klick generiert, kann man ja in den Analytics auf YouTube auch alles verfolgen und ja, sowohl alte Zuschauer als auch neue verlaufen sich immer mal und genießen das dann in welcher Form auch immer, ja. Rap sei, spielst du selber keine Ali? Ich habe auch Ali's, aber die spiele ich sehr selten, bin mittlerweile eher Full Horde und die Ali's immer mal, wenn wir irgendwie was im Stream machen, ja, oder irgendein Community Event oder so, hoffentlich dann in Zukunft nicht mehr nötig, das zu splitten, wenn der Fraktionszusammenschluss ein bisschen größer greift, ne? Aber Allianz ist bei uns vertreten, aber verhältnismäßig wenig, ja? Da eher gering. Craft, spielst du eigentlich einen Monk auch manchmal? Ja, auf welchem Speck? Als Tank. Also alles, was tanken kann, spiele ich eigentlich auch als Tank. Musst du mal, wenn du Bock hast und wenn es geht, ist ja bei jedem Endgerät, auf dem ihr schaut, ein bisschen anders, aber unterm Stream habe ich ja so ganz viele Panels, ne? Und da müsste auch eine Liste von meinen aktiver gespielten Chars sein, da ist der Monk auch dabei. Da müsste es auch alles abrufen können, so Skilogen und Gio und so ein Bums, aber ist auch nur ein Twink, ja? Das erste Mal nur ein Twink. Tank organisiert, benutzerdefiniert, Gruppe LOL, L-O-H-L-O, mit Caps, da habe ich wieder gefettfingert. Ja, warum nicht beim letzten Run, da schreien wir ein bisschen, Leute. Wieso denn bitte nicht? Und dann schauen wir, dass wir auch hier nochmal was Schönes hinbekommen. So, da haben wir Heiler, da haben wir einen Tank, da haben wir ein paar freche Dudes mit etwas weniger Gier. Jawohl, haben wir jetzt ein paar Heiler mehr, aber lieber Heiler, ihr könnt ja auch Schaden machen, mit dem Gier, was wir einige haben. Ich glaube, da werden wir auch ein bisschen Schaden dann sehen können, das ist ja gar nicht schlimm, ne? Weil fünf Heiler, Freunde, wer da noch umspecken kann, kann das gerne tun. Ich sag mal, mehr als zwei brauchen wir eigentlich nicht, ne? Darum fühlt euch gerne frei und dann bin ich ja Hexie, gehen wir rein und starten den, zumindest für heute letzten Run. Ja, mir ist gerade was eingefallen, Hundus aka Lady Pusteblume hat jetzt auch einen offiziellen Namen, Schwiegermama hat sich für Kira entschieden. Kira ist ein sehr schöner Name, ja, ich fand Döner zwar auch ganz schön, aber Kira ist auch ein sehr sweeter Name und ist ja auch ein sweeter Hundi, ne? Da passt das ganz gut, würde ich behaupten. Dann muss Craft halt schon 14 Uhr streamen, damit beide Seiten nicht zu kurz kommen. Ja, das Problem ist ja auch, dass die Allianz auch in der Community ein bisschen zu kurz kommt, ne? Ich hab ja so ein bisschen Bammel, dass wenn wir in den ersten Palast Run gehen und sagen, jetzt ab GS 220, dass wir dann nicht mal eine Gruppe voll bekommen. Das ist je nach Tagesform bei der Allianz ein bisschen schwierig, ne? Also klar, in der Theorie sind genügend da, ja, aber in der Praxis müssen die genügenden nur mal gerade in der Weekly stecken oder so und schon haben wir da ein bisschen Defizite, ne? Und nicht zuletzt deswegen hoffe ich ja auf diesen Fraktionszusammenschluss, nicht nur, weil ich auf der Horde aktiver bin, sondern auch damit die armen blauen Freunde einfach insgesamt bessere Bedingungen haben, ne? Für diese ganzen Wuseleien und Laufereien. Deswegen, ja, sind das so ein paar Problemherde, die natürlich mit einer erhordenlastigen Community einhergehen, ne? Das ist ja völlig klar, völlig normal. Ich hab nicht mal einen Ali auf 60, siehst du, da geht's schon los, du bist einfach Teil des Problems, ne? Ich flippe aus. Okay, wir porten noch die letzten drei Kollegen ran, aber ihr habt das ja voll im Griff hier, Freunde, unsere fleißige Port-Crew, da muss ich mir gar keine Sorgen machen. Stell auch noch mal Jesus, denkt da dran, ja, wobei in dem Fall könnt ihr es glaube ich stecken lassen, wir haben fünf Heiler oder hat noch wer umgespeckt? Lasst mal checken, wir haben vier Heiler, das reicht trotzdem noch, also daran soll es jetzt nicht mangeln, ne? Davon abgesehen, Boss nicht unterbrechen, kein Kampfrausch in Phase 1, ansonsten gern alles rauszimmern und dann löten wir die mal kaputt. Selbst ich hab keinen Ali mehr, ja, Keino, ne? Sonst einer der Vorzeiger-Ali ist einfach, zack, weg, ja? Ist jetzt im Raid bei uns dabei, einfach Hordler, Junge, ohne am Start, ja, so schnell kann es gehen. Das bleibt nicht aus, ne? Einfach verraten, eiskalt, aber auf der Flucht, ja? Auf der Flucht. So, es fehlt nur noch unser Hexer-Freund, der ist aber auch schon unterwegs, beziehungsweise wird jetzt geportet und dann können wir loslegen. Wir haben glaube ich nur einen Tank, den guten Krog, ach guck mal, das ist der Panda hier, ja schön, mit den Savius-Schultern und einen passenden Wappenrock dazu, na dann kann das ja nur laufen. Wer so einen Wappenrock hat, der rockt auch hier den ganzen Fight. So wollen wir es nämlich haben. Ich kann doch nichts anderes als heilen, ja, das ist ja auch okay, wir kriegen den Boss auch tot geheilt, ne? Das wird schon, gucke da, geht schon los, Junge. Oh, dafür, dass ihr hier nur heilt, Freunde, geht ja aber gerade gut da und hör mal. Noch eine Höllenbässe mit rein hier, schön die Prio-Liste verkacken, jawohl, dass die Hexer-Lobby wieder weint, wenn die das sehen, aber der Schaden, der sieht sehr genüsslich aus, Freunde. Ich sag dir immer, wenn ich mit meinen Twinks nicht in meinem Schadensmeter zu sehen bin, dann läuft alles richtig. Das ist das Schlimmste im LFR, wenn ich mit einem Guffeltwing reingehe, ohne Lego, ohne Zweier- oder Vierer-Set und gerade so der Zeret-Mortis-Gear und dann bin ich auf einmal Dritter im Schaden, dann weiß ich, scheiße. Scheiße, das ist nicht cool. Ich meine, manchmal kann das passieren, auch mit einem Waffenkrieger, haust du das AOE-Schmettern in der Ad-Phase bei Arthas im Anduin-Fight, ne? Und dann Klingensturm, bam, bam, bam. Das läuft schon ganz gut. Da kann man mal ein bisschen ballern, dann hat man vielleicht noch das Halondros-Schmuckstück mit den AOE-Raketen, ne? Da kann man mal ordentlich pushen, aber wenn das auch abseits davon so aussieht, ne? Und ich mit einem Waffenkrieger, Freunde, ihr wisst Bescheid. Nee, 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 da läuft es mir eiskalt den Buckel runter, ne? Agnolde kommt deswegen. Lul, grüße dich. Hallöchen, Hallöchen, Todes-Mobs, hi. Wir sammeln uns nochmal kurz und dann wuseln wir hier schön am Rand weiter und hauen dann hier gleich mal die Abbilder weg. Jawohl. Ihr wuse schon mal ein bisschen vor, weil ich glaube, ja, wir werden gerade von den ganzen Schneeflocken nicht weitestgehend verschont, weil da waren ja offensichtlich gerade zwei, aber wir kommen sauber voran. Diese glänzenden Arzerit-Linien, Freunde, die euch vielleicht aufgefallen sind, die manifestieren sich hier immer mal und wabern so von oben auf uns runter, die kommen vom Herz von Azeroth, ne? Das sind diese Samentränen, was auch immer von Eona, Samentränen, und das sind Arzerit-Boni, ja? Das ist der Bonus, wenn ihr euer Herz von Azeroth anlegt in den BFA-Rates. Das ist nach wie vor aktiv, ein Riesenbonus, gerade wenn es ausgebaut ist, ja? Und kann man hervorragend nutzen, um hier noch so ein bisschen Bonus-Heilung, Schaden oder was auch immer zu generieren. Ey, ich hätte schwirren können, gerade eben konnte ich Kataklysmus setzen, aber jetzt schon wieder gar nicht. Boah, ist das scheiße, Junge. Da hast du hier einen Fight, wo du AOE machen musst und dann geht es einfach nicht. Na toll. Aber Leute, ihr kriegt das bestimmt trotzdem hin. Nochmal zur Erinnerung, Jaina bitte nicht kicken, schön hier kuscheln bei X, das sieht eigentlich hervorragend aus und gleich wird sie angreifbar. Dann geht das nach vorne. Menne ist von dem Döner-Namensvorschlag übrigens total getriggert, verstehe gar nicht warum, ja weiß ich auch nicht. Vielleicht muss sie ja einfach mal eine Woche lang durchgehend Döner essen. Und dann ist das nicht mehr so mit dem Triggering, ne? Dann wird das eher so Dingeling, Dingdong, aber nicht mehr Triggering, ne? Das sind dann ganz unterschiedliche Jingles, die da gesungen werden. Okay, Freunde, nächste Runde, neues Glück, wir ballern mal rein, ja auch schön mit dem Chaos blitzen. Mhh, das sieht fantastisch aus. Zack. Und dann kommt auch das Teufelsfeuer und dann kommen noch tausend Dots, wo ich nicht mal weiß, wo die herkommen, bestimmt irgendwie Soulbinds, oder? Es ist so grünlich, es sieht ein bisschen schleimig aus, können eigentlich nur die Necrolords sein. Haben andere Pakte auch Schleim? Ne, ne? Ardenwald hat so blaues Geleuchte und irgendwelche Samen. Die Venture haben wenn dann so roten Nebel? Ne, das sind eigentlich nur die Negros, oder? Gut, im Schlund vielleicht. Ja, wenn du im Schlund auf den falschen Gegner trittst, dann hast du auch Schleim unterm Stiefel, aber das dürfte es dann auch schon gewesen sein. Haben noch einen geilen Dunkeleisenzwerg namens Körpergeruch auf Level 50, damit ich mir zu 925 das Mount holen kann. Vorbereitung ist das A und O, ne? Und Geruchsvorbereitung anscheinend auch. Schön. Karline, Karline, wann beginnt heute der Abendstream? Um 21 Uhr. Da geht es weiter. Gibt es einen Mount? Na, nein. Ach, schade. Leute, hätte ich uns heute wirklich gegönnt, oder? So als Gegenpol zur Hitze und vor allem, weil wir wirklich schön gespielt haben. Also, tolle Runs. Nicht ein Kick, einmal an Lucky gewesen mit den Schneeflocken, aber das ist echt alles im Rahmen gewesen, ja. Das war okay. Ich komme in den Stream und was höre ich? Samentränen. Hier bin ich richtig alt und nass, oder? Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein, oder wie war das? Nice. Toll, nicht nur das Acerid allgemein, ein empfindliches Thema und jetzt sagst du mir auch noch, dass ich in einem Samenregen stehe, ja? Träume werden wahr, Leute, und das auf den Sonntag. So, ja, hallochen. Melde mich aus dem Putzlöck. Ja, einige die Woche, ne? Keino und ich irgendwie gestern. So, jetzt auch. Hier, ja, wenn die Sonne so reinknallt, sieht man den Staub überall wirbeln, ne? Dann muss man hier und da ein bisschen was machen, so einmal im Jahr, ja. Das Mount drop nur, wenn man nicht darauf achtet. Du darfst nicht auf den Loot schauen, hast du denn gar nichts gelernt. Nein, Schmelke, ich bin mies unfähig in allen Bereichen des Lebens. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Viermal reingekommen, Seppo. War eine gute Woche, ja. Und in die Gruppe auch, ne? Das ist doch schön, das bedingt sich dann. Man müsste echt mal als Experiment die Städte-Raids mit der Allianz machen, nur um zu sehen, wie schwer es wird. Ich glaube, gar nicht so schwer, auch weil die Städte-Raids an sich ja wegen dem Scaling recht easy sind, ne? Wir haben ja eigentlich alle Gegner wirklich zügig aus dem Leben gebolzt und wenn jetzt nicht gerade ein Konter-Raid organisiert wird, glaube ich auch, die Allianz würde das mit einer 10er- oder 20er-Gruppe gut durchkriegen, ne? Vermutlich sogar ein bisschen schneller, weil wir da nicht so lange warten müssen, bis sich alle versammelt haben. Aber ja, wäre ein spannendes Experiment. So, Freunde, ich logge jetzt einmal kurz auf Ambosser und lade unseren lieben Teppichfreund mit seinem Twink noch ein in die Gilde. Dann gehe ich rüber auf Kel'Thuzad, hoffe ich zumindest, dass das geht, dürfte eigentlich noch ein Char-Slot frei haben, hole da Poseidus ab, dann machen wir aber heute das Giveaway wieder auf Eredar, da gehe ich dann also auf den üblichen Giveaway-Org, damit wir dann danach noch in die Gilde einladen können. Ne? Das ist quasi der Plan. Ja, Norrin hat auch dran gedacht. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Siehst du, wir beide gemeinsam einwandfrei. Ist aber immer ein schönes Gefühl, mal wieder eine saubere Bude zu haben. Ey, gestern habe ich das Bett auch neu bezogen, ne? Oh, herrlich. Und habe mein Kühlkissen aus dem Schrank geholt, ja? Und auch so, ich habe noch so ein kleines Kissen aus so einer Lootbox frisch gewaschen, alles neu und schön gleich voll geschwitzt, ja, schön durchgemoddert, den Bums, aber es ist immer was Herrliches, ne? Also, Putzen an sich suckt halt mies, aber danach kann immer ganz schön sein. Magst du mich gerade anflüstern oder so? Das geht natürlich auch. Äh, lass gerade schauen. Teppichfreunde, Mitglied einladen. Hast du irgendwie einen Akzent über dem I? Hast du, aber das ist nicht schlimm, weil wurde schon easy peasy einmal hinbekommen. Super. Brauchtest du irgendeinen speziellen Rang? Ne, ne? Das habe ich eigentlich free for all eingestellt. Super. Dann hat das schon mal hingehauen. Nice. Vieles Dankes. Dann gehe ich jetzt rüber auf Keltusat, der ewig nicht gehört ins Servernamen. Holy hell. Keltusat. Ja, da wollen wir hin. Das klang gerade auch wie so ein kleiner Radio-Rap, oder? Keltusat. Geht das? Dieser Name muss frei sein. Jawohl. Das wäre so krank, wenn es diesen Namen gegeben hätte. Heilige Scheiße. Dann holen wir uns da ein schönes Seepferdchen ab. Das werden wir dann in der nächsten Woche verlosen, weil heute für die Gilden-Invites wäre ich gern direkt auf Eredal vor Ort, aber auch auf anderen Servern schimmeln die Sachen ja nicht weg, sondern die verlosen wir dann einfach zu anderen Zeiten, an anderen Tagen. Wer das nicht kennt, was ich jetzt gerade mache, ist dasselbe, was ihr machen müsst, wenn ihr auf meinem Server nicht spielt, aber ein Giveaway gewonnen habt. Nämlich Testchar erstellen, einloggen, Ruhestein und schon könnt ihr euren Gewinn easy abholen. Zeigen wir heute hier eiskalt im Tutorial. Ich muss morgen dann auch putzen und will gleich mal Zeug aussortieren, was wir nicht mitnehmen in die neue Wohnung. Was für ein Kühlkissen-Link, wenn du natürlich erstmal auf den Amazon-Link unter meinem Stream klickst, um die Einkäufe für mich mitzutracken, Zwinker, Zwinker, Hashtag Werbung und da dann einfach Kühlkissen eingibst, das ist von Amazon Basics, das ist deren eigene Marke und das ist wirklich ein gutes Teil, das ist so eine Seite normales, schaumiges Kissen und auf der anderen Seite ist so ein Kühlgel-Pad und das ist wirklich sehr geil im Sommer, also kann ich voll empfehlen. Teste ja aktuell auch so ein Kühlpad für Katzi, was ja vermutlich pünktlich zum Winter akzeptiert hat. Er braucht ja immer ein bisschen länger, um sich so an neue Sachen zu gewöhnen und werde ich vermutlich auch den ein oder anderen Tweet noch zu raushauen. Ist ja immer ganz spannend, bilde ich mir einen auch für Tierbesitzer und wenn er es dann mal testet, dann gebe ich ein kleines Fazit, mache ich kleine, feine Review und so. Hier steht Seppo einfach schon wieder, Junge. Unglaublich. Mit den Bäumchen, ja schau mal hier, mit der Faust Gottes, ja moin. Guck mal, unsere Ankunft, sie war in den Blüten vorhergesehen. Sauber, da ist er schon. Vielen lieben Dank für dieses wunderbare Pferdchen, das wir dann in den kommenden Tagen verlosen werden. Sehr cool. Dankeschön, dankeschön, das freut mich sehr und den Gewinner dann demnächst bestimmt noch mehr. Ich muss aufhören, in Reimen zu sprechen. Ich versuche es zumindest. Dann gucke ich mal, was ich hier noch in der Tesch habe und dann wie gesagt starten wir Giveaway, dann machen wir Päuschen, nach dem Päuschen dann Auslosung und Gilden-Invide. Ja, dafür müsst ihr online sein auf E-Räder mit eurem Char und dann nach Städte-Raid. Das ist unser Programmplan. Bett beziehen werde ich dann morgen machen, auch mal, aber erst nachmittags nach dem Fingernägel neu machen. Der eine ist so lose, ich habe Angst, dass er mir noch vorher abbricht, ja und dann so unter das Bett laken und dann legt man sich noch drauf und Loch im Rücken, nee, das muss auch nicht sein. Wenn du auf meinen Server kommst, Junge, ja, ist das Begrüßungskomitee, ne, wunderbar. Müsste mein Bett auch mal wieder beziehen, habe seit zwei Wochen ein neues Tattoo auf dem Rücken und das habe ich halt immer eingecremt und jetzt sieht mein Bett aus wie ein Ort, an dem eine Frau ein Filmchen mit vielen, vielen Männern gedreht hat. Nur solange ich noch Creme mache, macht das Neubeziehen keinen Sinn. Ja, dann legt man sich lieber in den Jahrhunderte verkrusteten Schmodder, ja, und denkt sich dann, ja, äh, schön, eingecremt, ah, Reul, ich hasse dich auch im Sommer, wenn man sich eincremt und dann noch schwitzt und, äh, Junge, ich hasse Sommer einfach. Wer auch immer Sommer mag und das genießt, genießt das bitte für mich mit, weil ich hasse es, ich hasse alles daran. Habe gerade in meinem Zimmer gedampft und dadurch, dass ich immer tiefe Züge nehme, ja, weißt ja, dass viel Rauch kommt, und auf einmal klingelt mein Nachbar und fragt, ob es brennt, er hätte fast die Feuerwehr gerufen, in Zukunft gibt es Babyzüge an der Dampfe, ja, aber schön, dass er aufpasst. Ich meine, gut, Nachbarn können auch ein bisschen zu viel aufpassen, ne, mit dem Fernrohr Richtung Wohnung gegenüber, ha, ha, aber so schnell kann das eskalieren, ne, hoppala, will nicht wissen, wie oft da irgendein Feeralarm ist, ne, scheiße. Questgegenstände als Giveaway sind, glaube ich, nicht ganz so praktisch, oder? Überlege nämlich, den ramponierten Schwertgriff zur Verfügung zu stellen. Gehen schon, wir haben zum Beispiel neulich auch das Quest-Item verlost, dass diese Quest startet, äh, mit der Post in Dalaran, wo man am Ende dieses Spielzeug bekommt, das man in Briefkasten stellen kann, und die Testchars halten ja drei Stunden, also man hätte quasi drei Stunden Zeit, diese, diese Quest zu machen. Ich glaube, Einschränkungen gibt es da dann nur eben im Rahmen dieser Zeit, und man kann, glaube ich, auch Dungeons und so nicht betreten, oder nur sehr beschränkt, ne, wenn diese Quest-Items also etwas starten, was, ähm, was, was, was in diesem zeitlichen Rahmen liegt, und sich mit diesen Einschränkungen nicht beißt, sollte das eigentlich laufen, aber je nachdem, wie voll der Server ist, auf dem wir das verlosen, äh, können wir das auch serverintern machen. Ja, machen wir auf Erida ja immer wieder, hatten wir auf Antonidas zum Beispiel schon mal, auch ein großer, voller Server, also da müssen wir schon ein bisschen spezifizieren, aber undenkbar ist das an sich deswegen nicht, ja. Heute, Freunde, verlosen wir etwas sehr, sehr Schönes, ich glaube, ich habe gerade mein Headset-Kabel rausgezogen, hoppala, so, da ist es wieder drin, und zwar würde ich sagen, wir verlosen dieses Wurm-Paket, holy shit, wisst ihr, was speziell ist an diesem Wurm-Paket? Wir haben hier zwei dieser Würmer, die, glaube ich, mit dem Mega-Dungeon Tazavesch reinkamen, die sind schon relativ selten, die sehen auch relativ cool aus, aber es ist auch einfach dieser hier dabei. Wisst ihr, welcher fucking Wurm das ist? Das ist dieser siechende Bastard, der 10.000 Haustiermarken kostet. Holy fuck. Vielen, vielen Dank für das Sponsoring an dieser Stelle, also eins der wildesten Pets, die wir so im Game haben, würde ich sagen, 10.000 Haustiermarken, da sagen auch erfahrene Haustierkämpfer Bruder, musste ich gestern schon los, und dieses Wurm-Paket könnt ihr also gewinnen, einmal mit dem makellosen Amethyst-Klunker-Wurm, das ist dieser hier, Besondere bei dem ist nicht nur der Preis und die daraus resultierende Seltenheit, sondern wenn ihr den draußen habt, bufft er euch auch regelmäßig so einen Regenbogen-Buff und dann zieht ihr quasi so einen Regenbogen hinter euch. Ja, also ein kleiner Extra-Effekt, kann man sich gönnen. Wir haben außerdem den Rubin-Klunker-Wurm, ist quasi sein etwas billigerer Cousin, und dann haben wir noch den Nachbarn, den Türkis-Klunker-Wurm, also alle drei wirklich schöne Würmer. Wir werden vorne jetzt erstmal die Gruppe bauen, ganz entspannt, ja, ganz entspannt, müsst ihr euch keine Sorgen machen, wir werden auch versuchen, keinen zu vergessen. Es ist natürlich bei so einer Geschichte leider keine Garantie, ja, es kann passieren, dass wenn ihr einen bösen Lack habt, es sehr schwierig wird, euch dann noch dazu zu holen, zu porten oder so, deswegen versucht im Idealfall immer bei der Gruppe zu bleiben, ja, achtet bitte auf die Ansagen, die ich tätige, die basieren häufig auf Erfahrungswerten, die Städte-Rates betreffend, nämlich das betreffend, was in der Vergangenheit besser funktioniert hat, und darum da dann auch hin und wieder nicht wundern, wenn ihr gerade was ganz anderes vorhattet und wir plötzlich einen anderen Weg gehen, das hat sich dann einfach ein bisschen bewährt, na, und das dient dann vor allem dazu, möglichst keinen auf der Strecke zu lassen, insofern, da nicht erschrecken, wenn es auf einmal heißt, zurück oder links oder wie auch immer, das gehört dann mit dazu, ja, für die Horde, Server übergeifend und Kriegsmodus aus, was kann man da bekommen, es gibt einen Erfolg und es gibt den schwarzen Kriegsbären als Reittier, wenn wir alle schaffen und momentan ist das sehr günstig, das zu schaffen, weil, sind ja viele Anführer in den Shadowlands, das heißt, wir müssen nur drei umholzen, glaube ich, und das Scaling ist auch sehr nett, also, läuft eigentlich. Gut, Gruppe geht auf, organisiert, benutzerdefiniert, Gruppelol, L-O-H-L und dann legen wir los. Hab den Erfolg 2014 gemacht, ich weiß gar nicht, wann ich, ich vergesse das immer wieder, müssen wir gleich mal gucken, erstmal lade ich hier ein und dann, Freunde, sammeln wir uns auf dem Dach von Eisenschmiede, ja, da bitte sammeln, noch nicht reinfliegen, noch nichts angreifen, sondern Eisenschmiede hat ja quasi so ein Vordach, sag ich mal und da wollen wir quasi landen und sammeln am einfachsten, zumindest meiner Erfahrung nach, ist hier auf der Kattaportalinsel, das Schattenhochlandportal, wenn ihr es denn habt, da hüpfen wir einfach rein und dann fliegen wir quasi rüber, ja, hier sind auch schon einige, wer es heute nicht in die Gruppe geschafft hat, nicht traurig sein, wird nicht das letzte Mal sein, dass wir das machen, ja, und der Andrang ist immer, jetzt nicht riesenimmens, haben ja auch schon viele, aber wir sehen, da hätten wir schon noch ein bisschen, ein bisschen, ja, Leute am Start, die jetzt leider nicht reinpassen, aber das kriegen wir dann in den nächsten Runs bestimmt hin, werden wir jetzt nicht jede Woche machen, wir müssen ja erstmal noch ein bisschen wieder sammeln, auch Leute, die dann Bock haben, aber vor Dragonflight wird das noch das ein oder andere Mal stattfinden, na, das ist gar kein Problem, so, Kreuzfahrer rein und dann wuseln wir rüber, ich gebe mir auch gleich wieder eine Markierung, jawohl, muss nur auch erstmal gucken, dass ich so ein bisschen losfliege und dann gebe ich mir ein Kreuz, jawohl, das ist immer die Orientierung und dann wird es, können die Leute nicht so mitlaufen, wenn die Gruppe voll ist, ja, in der Theorie, wenn sie auf Ereda spielen, allerdings kann es trotzdem passieren, dass sie in einem anderen Phasing landen, Phasing ist ja auch die Hauptstädte betreffend manchmal mythisch, ne, oder mystisch besser gesagt und manchmal stehen wir ja auch in OG und sehen uns nicht, ne, wenn man dann in einem anderen Phasing landet, hin und wieder habe ich so, dass ich eine Gruppe aufmache und ich als Leader werde auf einmal woanders hingefaced und kann eine Menge dazwischen kommen und schief gehen, ne, aber wer das probieren möchte, der kann natürlich versuchen, gerne auch so mitzulaufen, ja, und zu gucken, dass er dann mit am Ball bleibt, ne, können sie ja versuchen, absolut, also das kann man, nur diese Info mit dazu, dass das hier und da auch in die Hose gehen kann, ja, wenn euch das nicht weiter abhält, dann könnt ihr das natürlich super gern probieren, absolut, ich wollte gucken, wann mein Erfolg war, ich weiß nämlich immer nur der erste Erste, weil ich da mit Vaddern an einem Silvester leicht angetüdelt nach Hause kam und wir dann gesagt haben, ja, jetzt machen wir mal PvP-Erfolg 1. 1. 2010, Leute, da hat da nämlich auch einer leicht angetüdelt, im Allgemeinschat damals, Allianz Ambosser, hat er geschrieben, Leute, wer hat Bock, jetzt irgendwie die Horde kaputt zu hauen, da haben wir schön erstmal zwei Stunden Horde kaputt geböllert, morgens um drei oder so, am 1. 1. 2010, Junge, heilige Scheiße, ne, ey, hier, 2. 12. 2008, Artillerie-Experte, zerstörte in einer einzigen Schlacht fünf Fahrzeuge mittels eines Geschützes, alles klar, Junge, 2008, man kennt ihn, wir fliegen, Leute, das sieht gut aus, wie immer die Smartie-Parade, ne, da fliegen auch einige, als wären sie besoffen, ich vorne weg, wir sammeln uns auf dem Dach, der Erfolg heißt für die Horde, jawohl, den könnt ihr quasi so ein bisschen raussuchen, ein bisschen mittracken oder wie auch immer, der Plan ist folgender, wir fangen jetzt an in Eisenschmiede, wir fahren dann gemeinsam mit der Tiefenbahn nach Sturmwind und von Sturmwind aus nehmen wir dann das Portal rüber nach Danassos und von da wiederum Richtung Exodar, ja, kann wie gesagt Probleme geben mit Phasing und all so ein Bums, da dann nicht in Panik verfallen, wir kriegen euch schon früher oder später alle dahin, wo ihr hin müsst, ja, zumindest versuchen wir alles Menschenmögliche, darum, wir wissen, da gibt es hin und wieder Probleme, auch dann an der Dunkelküste, mit dem BFA-Phasing rund um Teldrassil, kriegen wir aber alles hin, das möchte ich gerne auch mal dazu sagen, ja, wir sammeln uns jetzt, wie gesagt, auf dem Dach von Eisenschmiede, wir fliegen dann rein, wir mounten dann aber bitte ab, sobald wir in diesem größeren Handelsdistrikt Teil sind, ja, und durch diesen kleinen Seitentunnel, für die, die das kennen, Richtung große Schmiede und Rad der Drei Hämmer gehen, mounten wir bitte ab, damit wir da auch keinen irgendwie verlieren, an den vorbeifliegenden Greifenreiter, der dann vom Mount und sonst so hinkickt und so ein Bums, ne, wir fliegen also rein, aber dann mounten wir auch zeitnah ab, so, hier müsstet ihr irgendwo stehen, ganz genau, hier oben, na, guck mal, da kommt die Versammlung langsam an, ausgezeichnet, Städte Raids, immer geil, ist eigentlich immer was Schönes, ich liebe ja auch so diese, diese Massenaufläufe, so habe ich früher bei Herr der Ringe gefeiert, feiere ich heute noch, feiere ich auch in WoW, ich habe am 16.12.08 den Erfolg auf Allianz-Seite gemacht, krass, ja, bei mir damals auch noch Allianz-Seite, ne, habe ja als klassisches Nachtelfen-Hunterkiddy angefangen, war dann auf Ambasser recht aktiv und dann irgendwann immer mehr Freunde zur Horde gillt, zerfallen, so der Klassiker über die Jahre und dann einmal Abfahrt, okay, das sieht ganz gut aus mit der Versammlung hier, Leute, gerne mit Porten, aber ich sehe, die übliche Port-Crew hat das schon super im Griff und viele sind ja auch am Fliegen, ne, viele sind ja unterwegs, der Bruder hat sich ein bisschen verlaufen, der Bruder raided einfach unter Stadt, ne, er ist Doppelagent, frech. Graf, wärst du sauer, wenn ich zwischendrin mal umlogge und versuche dich umzuhauen als Rache für das Vulpera-Mobbing? Nö, wär ich nicht sauer, gehört dazu. Was ich ganz gern vermeide, ist Städte-Raids Ewigkeiten vorher anzukündigen, weil was ich nicht unbedingt brauche, ist dann so ein organisierter Gegen-Raid, ne, das kann man vielleicht just for the lulls mal unter anderem Schirm machen, aber jetzt versuchen wir ja möglichst vielen Leuten diesen Erfolg und dieses Maun zu gönnen, aber wenn da ein paar einzelne von euch sagen, ich spring jetzt mal rein in die Dödeltruppe, dann hat da glaube ich keiner ein großes Problem mit, ja. Ihr wusste nicht mal, dass es das gibt, hab's leider nicht in die Gruppe geschafft, nächstes Mal hoffentlich dann, bestimmt, bestimmt. Gut, Leute, sind alle da, außer unser Pally, den holen wir jetzt noch ran, dann mach ich einen Pull-Timer, dann fliegen wir rein und dann, wie gesagt, Zeit nach Abmountain, Sammeln und im Zweifelsfall am X orientieren. Gut, geht los. Kleiner Tipp nochmal von mir, schaut bitte, dass ihr aufgemountet seid, soll Leute geben, die hier runterspringen und nicht auf einem Flugmount sitzen, nicht, dass ich die kennen würde, aber, ja, die soll es geben. Okay, wir starten und gucken uns die Zwergenfreunde einmal an, hier können wir noch easy fliegen und hier mounten wir jetzt mal ab, sammeln uns nochmal kurz, hauen weg, was uns am Hintern klebt und dann geht es in diesen kleinen Gang, jawohl, das sieht ganz gut aus und dann können wir hier gemeinsam nach vorne wuseln, das hat einfach auch den Hintergrund, dass der ein oder andere bestimmt nicht den allerbesten Rechner hat, ja, und dass der dann nicht in diesem kleinen Tunnel mit 30.000 Mount-Effekten die Sekunde zugrunde geht, ja, darum haben wir das einfach so gelöst, ne, und da sind wir auch schon beim Rat und hauen hier einmal rein, Muradin, du olle Bratze, kommen Sie, schauen Sie, gerne dann Kampfrausch rein, schön HCDs brettern und sobald wir die Freunde kaputt gehauen haben, machen wir uns auf den Weg zur Tiefenbahn, soll heißen, wir bleiben in Eisenschmiedel und gehen dann in diesen extra instanzierten Bereich und, Freunde, meine Bitte ist dann schon mal jetzt während des Kampfes vorneweg, wir bleiben in diesem instanzierten Bereich der Tiefenbahn, bis alle da sind, ja, und erst wenn alle da und auf der anderen Seite, also bei Stormwind angekommen sind, dann gehen wir durchs Portal, ja, das ist der Plan, damit wir uns quasi sammeln und nicht gleich aus Versehen die ersten fünf, die besonders schnell waren, halb Stormwind am Arsch kleben haben, na, das ist so der Weg, den wir gehen wollen. Einer meiner ersten Erfolge war Rissreisen mit meinem Nachtelfjäger und ich erinnere mich, dass meine damalige beste Freundin mich durch die Gebiete geschleppt hat, damit ich den kriege, gehörte zum Katastat-Event, yo, ich erinnere mich, wo die Elementare so durchtreten, ne, ja, das war auch ganz wild auf jeden Fall, oh, 209 Gold hier, die Zwerge signieren, reichlich, sehr, sehr schön, wir bleiben am Boden, Freunde, wir bleiben am Boden, also wer unbedingt möchte, kann natürlich aufmauten und reiten, aber aus allgemeinen Übersichts und Allianz auf den Kopf gegründen, werden wir jetzt, zu Tüftlerstadt wollen wir, am Boden bleiben und auch in Sturmwind wollen wir am Boden bleiben, das zu dem Teil, der bewährter Maßen sich bewährt hat, was war denn das jetzt eigentlich für ein Satz, heilige Scheiße, gut, dass mein Deutschlehrer nicht zuhört, aber das hat sich so bewährt, ne, weil beim Fliegen haben wir immer irgendwen verloren, darum versuchen wir es jetzt einfach mal zu Fuß und ich glaube, da ist die Chance ein bisschen höher, ja, dass wir eben keinen irgendwie auf der Strecke lassen, ja. Ey Mann, da will man einmal nach längerer Abstinenz wieder mitmachen und im Stream dabei sein, Internet weg, äh, der Klassiker, das zum Wochenende, oder, ist ja mega scheiße, aber dann bestimmt auch beim nächsten Mal, rennt ja alles nicht weg, gut, der Zug ist gerade weggefahren, das heißt, oh, die Eule hier, Junge, elegant, der nächste müsste auf dieser Seite kommen, genau, und, wie eben angekündigt, Freunde, wenn wir jetzt mit der Bahn gefahren sind, warten wir im Sturmwindteil der Tiefenbahn, bitte, bis alle da sind, ja, weil auch jetzt kann es passieren, dass irgendwer einen etwas längeren Ladebildschirm hat, da ist einfach irgendein Zwerg, der hier levelt oder so, der denkt sich auch, da fuck, da fuck, bro, und, ja, deswegen warten wir da quasi, bis alle da sind, aber es könnte sein, dass wir gar nicht lange warten müssen, denn, wenn wir jetzt alle ein Ticket haben, Leute, dann schaffen wir es, glaube ich, auch alle in einen Zug, alle auf eine Bahn, Janek, vielen Dank für dein Abo, Dankeschön, hab das damals zu B10 noch als Ali gemacht, ohne Fliegen, da war das noch etwas anspruchsvoller, sich durch die ganze Stadt zu prügeln, vor allem Sturmwind, da war das wirklich PvP, ja, oder OG, wenn du es wirklich durch den Haupteingang probiert hast, ne, da ist man dann auch eher hinten rum, und dann irgendwie Richtung Thrall, wo diese Elite-Chor-Korn-Wachen dann auch standen, ah, es war schon ein bisschen wilder, ja, ist das noch der Städte-Raid, oder die Bahn nach Sylt, Leute, wir wissen es nicht genau, wir wissen es nicht genau, es könnte beides sein, glaube ich, ich habe seit 5 Jahren kein Städte-Raid mehr gesehen, bei uns auf dem RealM, viel Mühe, werdet ihr nur in Sturmwind haben, habt das damals in Votika gemacht, mit 340er-Gruppen, als das Achievement-System neu war, obwohl, da war auch nur OG-Übel, musste man auch über den Boden damals, da war noch nichts mit Fliegen in Azeroth, echt nostalgisch wird man, wenn man euch da zuschaut, ne, das ist immer so eine schöne Zusatzkomponente, das ist wohl wahr, und, ist auch schon ein bisschen her, ne, als das Achievement-System kam, krasse Nummer, absolut, Feierabendverkehr, ja, Finger weg von meinem Hinter, sorry, ich dachte, ist meiner, wir stehen hier so dicht irgendwie geknubbelt, ne, da fließen diese Körperzeile einfach ineinander über, ja, das ist die schönste Formulierung, zu der ich imstande war, okay, Leute, alle raus, nochmal zur Erinnerung, ist kein Wettlauf, ne, das heißt, wir bleiben möglichst zusammen, wir laufen, wir fliegen nicht, und wir gehen jetzt vom Distrikt hier aus Richtung Borg-Sturmwind und stürmen quasi über die Brücke, über den Brunnen, dann rein in die Borg, und da wird unser guter Freund Turalyon auf uns warten, ja, und den werden wir dann auch wegnuken, und das mit der Schwierigkeit, das fühle ich absolut, weil die Hauptstädte waren ja früher auch schon, ich sag mal, weniger gut besucht, wenn es jetzt nicht gerade Sturmwind und Orgrimma waren, da hat es dann zwei, drei Auktions-Twings irgendwie in Donnerfeld stehen, die wollten ihre Ruhe haben, aber ansonsten, äh, war das auch relativ entspannt, ne, da konntest du dann Pech haben, gibt es ja auch so legendäre Videos, ein 40er Allirade fährt mit diesem Fahrstuhl Donnerfeld hoch, oben steht ein Schamane macht Gewitter, ne, zack, Multikill, das war natürlich super, oder, wenn dann jemand Bescheid gesagt hat, eben, äh, alles-Chat, ja, wir warten hier vorne nochmal, da vorne beim Brunnen, beim Brunnen sammeln wir uns bitte nochmal, dass keiner abhanden kommt, weil einige haben längeren Ladebildschirme und so weiter, ne, da warten wir kurz, und, da konntest du dann Pech haben, dass irgendein levelnder Boy in Donnerfelds dann schreit, ey, die kommen gleich nach OG und so, und dann gab es immer nochmal eine kleine Gegenbewegung, ja, aber, das hat sich auch so ein bisschen verlaufen, möchte ich fast sagen, gut, sind alle da, dann können wir weiter, guck mal, typischer Paladin, er setzt sich einfach hin und betet eine Runde, wunderbar, ein kurzes Gebet für die Gefallenen, so muss das sein, die Katzidogen, hi, verdammt, spiele zu lange Horde, schreibe, dass ich es als Ali gemacht habe, und schreibe, dann ist weh, meinte natürlich OG, ja, das bleibt auch nicht aus, gerade wenn man in Erinnerung schwelgt, dann sieht das plötzlich ganz anders aus, was man meinte, verrückt, als Ali Schorke in OG, dann immer im Flammenschlund zum Raggen und wieder raus, ja, das haben wir auch super gern gemacht, und waren dann halt voll die Ultranubs, ne, und haben uns dann da verschanzt, und die Leute haben draußen natürlich gewartet, ne, und wussten, irgendwann kommen sie da raus, und dann immer kurz raus, erschrocken, tausend Dots drauf, wieder rein, ja, wie es so ist, ach man, es gab einen ehrenhaften Sieg, wow, wie viele Erfolge ploppen hier gerade auf, klasse und Stil, Junge, alles, alles wird hier gerade weggenatzt, also auch hier scheint es einen kleinen, kurzen Widerstand gegeben zu haben, aber, an sich, oh, ein Demon Hunter ist auch noch drin, guck mal da, der hat ja auch Bock mit seinem Aue, aber der kriegt jetzt einfach einen Stun, und dann werden wir den, wenn sein DevCD weg ist, mal in ein paar Sekunden aus dem Leben schallern, jawohl, der hat auch nicht allzu viel zu lachen, war auch eine kleine Gegenbewegung, ne, und schau mal da vorne, die Hexenmeisterin, die denkt sich auch gerade, hm, irgendwas, irgendwas ist ja anders, als sonst, was früher ja auch mega beliebt war, war ja dann, äh, sowas wie, einen Weltboss Kiten, nach Orgrimmar oder so, ja, eine Chandris zum Beispiel, die dann alles mit so, Aue, Mondfeuer weg gelasert hat, und so ein Bums, ne, das war natürlich auch dann ein wahres Fest, wo man dann erstmal die Hauptstadt nicht betreten konnte, ne, weil der Boss da durchdrehte, ah, das waren alles, ich sag mal noch andere Zeiten, ne, oh, Junge, andere Zeiten, kein Grund, mich jetzt hier in die Seite zu chargen, was ist da denn los, und das war's mit Turalion, wunderbar, Freunde, wir bleiben weiterhin am Boden, wir bleiben am Boden, wir wuseln wieder raus, und unser Ziel ist der Hafen, der Hafen, und dort der ganz linke Steg, Hafen ganz links, wir wuseln weiter, ganz normal, wir gehen auch außen rum, ja, über Kathedralenplatz und so weiter, würde ich sagen, damit wir nicht so sehr beim Handelsdistrikt irgendwie rein eskalieren, und dauert jetzt ein bisschen lange, ein bisschen lange, das nicht, ein bisschen länger, ist ein kleiner Marsch durch Sturmwind, ja, aber lohnt sich in der Hinsicht, dass wir dann im Nachhinein nicht 20 Minuten warten müssen, weil jemand dann hier runtergekracht ist, und nicht mehr hinterher kommt oder so, außerdem sieht das viel cooler aus, wenn wir hier lang laufen, und die alle sich denken da, fuck, ich hab wieder die Parade verpasst, ich hab einfach die Parade verpasst, verdammt, ja, das ist der Weg jetzt hier, rüber Kathedralenplatz, und dann sind wir ja im Grunde auch schon da, also so weit ist es ja zum Glück nicht, so groß sind die Hauptstädte nicht, ich hab dir Turalion gekillt, eben gerade, jawohl, das war's dann mit dem Licht erdonnt, Exekution des Exarchen, momentan ist ja kein anderer da, da sitzt Turalion auf dem Thron, so läuft das, wie oft findet der Städterate denn statt, kann leider nicht so häufig in den Stream kommen, würd's aber gern mal machen, du sehr unregelmäßig, also, ich würde nicht mal sagen, einmal im Monat, aber so in dem Dreh, ja, jetzt nicht ständig, man muss ja auch immer erst mal 40 Leute dann wieder finden, die dann Bock haben, mitzukommen, oder 39, ich bin ja auch dabei, hu hu, deswegen immer mal, ja, und auch vor Dragonflight noch ein paar mal, weil man auch nicht genau weiß, wie das dann danach mit dem Scaling aussieht, und welche Anführer dazugehören, das kann ja dann auch mal einfacher, mal schwieriger sein, ne, deswegen, wird das noch ein paar mal sein, aber, wann genau, oder in welchen Rhythmen und Abständen, das kann ich leider nicht sagen, oh, das ist aber auch schön gerade, ist das ne geile Kulisse, oder was, jo, sehr cool, Freunde, folgendes Problem, jetzt im Hafen, mit dem linken Steg, einige sind schon da, da ist ein Portal, das alle benutzen können, kann sein, dass ihr Infight seid, dann müsst ihr noch zwei Wachen wegklöppeln, oder so, ja, ich glaube, ab hier können wir aufmounten, weil, wo hier jetzt runterspringen, oder fliegen ist nicht ganz so essentiell, beziehungsweise helfen wir ja den Kollegen gerade noch, und dann können wir da auch zum Steg reiten oder fliegen, ja, wenn man im Hafen ist, hat man glaube ich, die halbe Miete schon sicher von dem Weg, und dieses Portal bringt euch zur Dunkelküste, jetzt das Problem, mit BFA wurde die Dunkelküste ja gefaced, und das heißt, kann sein, dass ihr in der Version seid, wo kein Portal zur Exoda ist, weil Teldrassil ja nicht mehr steht, dann macht ihr bitte eure Karte auf, und sucht, so ein bisschen östlich von eurer Position müsste das sein, so eine Sprechblase, da ist so ein Sprechblasensymbol auf eurer Karte, und da steht ein bronzener Drache, und dieser bronzene Drache ist so ähnlich wie in den verwüsteten Landen, wo man ja auch einmal die normalen Lande, und einmal den Angriff der Eisernen Horde von W.O.D. hat, mit diesem Drachen sprecht ihr und sagt, ey, ich wäre gern in der Zeitlinie vor der Teldrassil-Zerstörung, und dann bringt er euch in die Zeitlinie, wo auch das Portal aktiv ist, und dann könnt ihr zur Exoda. Gleichermaßen die, die schon, oh, da kommt noch ein frecher Kollege, Junge, der ist aber besonders mutig hier, scheiße, oh, ja, das ist nicht so gut gelaufen, der DH ist auch nochmal da, guck mal, die wollen hier ein bisschen stänkern, ne, und der Hexer auch, aber der denkt sich, nee, nee, irgendwie habe ich jetzt doch keine Lust mehr, keine Ahnung, guck mal, haben sich ein paar versammelt, ne, so ein paar haben sich da versammelt, Leute, ruckzuck, ja, und dann mit diesem Portal eben zur Exoda, da wollen wir uns dann wieder sammeln, braucht man da Nassus noch für den Erfolg, nee, deswegen meinte ich, ne, ist momentan besonders günstig, weil Tyrande ist ja eh nicht da, Teldrassil ist eigentlich abgebrannt, ne, von daher sind das momentan echt nur Wellen, Turalion und der Rat der Dreihämmer von den Zwergen, jo, vor der Exoda sammeln wir uns dann bitte, Freunde, also so ein Stück hinter diesem Steg dann eben, ja, und dort können wir dann gerne auch, porten, falls jetzt jemand, ne, wir sehen das gerade, äh, getötet wurde auf dem Weg, oder doch falsch geflogen ist, oder so ein Bums, dann keine Panik, versucht euch irgendwo in Sicherheit quasi zu beleben, oder sowas, und dann haben wir ja Hexis dabei, bilde ich mir zumindest einen, genau, und dann können wir euch natürlich auch zur Exoda porten, ja, aber der Großteil schafft das erfahrungsgemäß da irgendwie hin, ne, im Zweifelsfall genau, lasst dann Geist frei, lasst euch beim Geisteiler wieder beleben, habt da zwar den Debuff, müsst da ein bisschen aufpassen, aber dann seid da ein bisschen vorsichtig, haltet euch bei uns in der Masse, ja, dann sind wir so das Elefantenrudel, und ihr seid die Kälber, wir beschützen euch dann, das geht schon, das ist, äh, etwas, was immer wieder passiert, und das kriegen wir schon hin, sobald unsere Hexis drüben sind, ziehen wir euch dann nach, alles cool, ja, es geht also bitte keiner in die Exoda, bis nicht alle da sind, das ist zumindest der Plan soweit, hab noch nie einen Städter Raid gemacht, ja, siehste, dann wird es Zeit, da werde ich den Erfolg nie bekommen, fühlt sich, äh, an, wie wenn man mit dem Nachbarn Lotto spielt, fast alles gleich hat, und dieser gewinnt, scheiße, ja, das ist in der Tat ein bisschen belastend, absolut, aber zumindest wird dann beim Lottospiel keiner totgeschlagen, glaube ich zumindest, kommt drauf an, wem man dann von dem Gewinn erzählt, ne, wenn man sagt, hey, seid ihr nicht von der Mafia, guckt mal, ich habe hier gerade die Millionen geknackt, dann würde ich die Aussage eventuell zurückziehen, gut, wir porten dann gerade mal auch die, die auf dem Weg so ein bisschen getötet wurden, kann natürlich sein, dass die Allis, die jetzt im Hafen gelauert haben, auf den letzten Meter dachten, na, jetzt bei dem Portal stehen plötzlich nur noch zwei, dann gehen wir jetzt mal rein, dann gibt es jetzt noch mal eine auf den Kopf, das ist natürlich denkbar, aber das ist nicht so schlimm, wir porten nochmal alle ran, wir sammeln uns hier auf dem Steg, und dann gehen wir quasi gemeinsam, wenn alle da sind, wieder mit, Pulltimer und allem drum und dran, ganz in Ruhe, ja, durch diesen Seiteneingang zur Exo da, und dann ist Prophet Wellen auch schon gleich in Reichweite, ich muss zugeben, so oft wie wir das gemacht haben, so lang habe ich mir auch nicht gemerkt, wo genau Wellen stand, aber es war irgendwie direkt auf der linken Seite, nach diesem kleinen Wendeltreppen, Leuchtturmaufgang, nennst du es, wie ihr es wollt, wir werden ihn finden, Freunde, sind die Alerts gemutet, oder gibt es für Follower keinen Sound, ich gnoll da einfach neu im Stream, Lul, ne, Follower haben tatsächlich keinen Sound, ich liebe sie alle, ich bin sehr dankbar, dass alle ein Follower reindrücken, Freunde, schön, dass ihr da seid, aber Follows haben tatsächlich keinen Sound, weil der mir einfach irgendwann auf den Sack ging, und ich zu faul war, den neu zu machen, schön, darum haben wir diese wunderbare Animation, aber keinen Sound, okay, wer fehlt denn noch? Einige, ne, einige habe ich nicht in Range, aber, 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 wir haben, äh, den Portstein hier, ich sehe den von Lauter Drachen gar nicht, Freunde, können die, die, äh, hier mit den ganzen Mounts stehen, so ein bisschen zur Seite, bitte, dass wir den Stein richtig sehen, ansonsten, glaube ich, äh, wir brauchen noch ein bisschen länger hier, von Lauter Riesenvögeln und Co., ha, 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 ja, Full House einfach, okay, Leute, Port Crew, guck mal, jetzt sind sie wieder wach hier, jawohl, da können wir ein bisschen mitklicken, aber, ich bin mir nicht sicher, ob das immer dieselben sind, denn auch Port-Technisch sind einige hier deutlich wacher als ich, ja, würdest du mich in die Gilde inviten? Mach ich, ja, mach ich, mach ich, weil wir ja eh gerade warten, kriegen wir hin, ähm, so, da ist er raus, der Invalde, jo, kriegen wir hin, Keino hört auch keinen, weil Keino ist alles gemutet, ne, Keino, Keino, denken Sie sich, Subbomb, Bits, aller, alles, ich will gar nichts hören, nicht mal den Typen will ich beim Sabbeln hören, ne, Schnauze voll hier, Scheißladen, so ein Ding ist das, Hast du WoW-Sound eigentlich aus, wegen Blizzards Urheberstress, oder nur, damit man dich besser versteht, bei YouTube hast du ja sofort Theater, sobald der Originalsound ist, du, Blizzard ist aber eigentlich recht kulant, und ich habe auch Ingame-Sound an, vielleicht habt ihr gerade den Falkenschrein gehört, äh, der ist nur ziemlich leise gedreht, beziehungsweise je nach Endgerät bei euch, ja, mal mehr, mal weniger, mal gar nicht zu verstehen, und, deswegen mache ich mir bei Blizzard da eigentlich weniger Sorgen, ja, Blizzard ist da ziemlich cool, aber, je nachdem was man macht, hast du da völlig recht, ja, da muss man ein bisschen aufpassen, aber aufgrund meines Dauergesappels, ja, sind die Sounds zwar da, aber häufig ein bisschen leiser, ne, dass sich das dann nicht irgendwie doof überschneidet, wenn wir gerade was bequatschen, gut, Leute, die Horde rennt wieder, es geht rein zu unserem Propheten Wellen, auch den hauen wir um, da kann er sich höchstens mit dem Wählscheibentelefon noch verwellen, ansonsten hat er nicht mehr viele Optionen, sich uns hier in den Weg zu stellen, und, dann hoffen wir einfach mal, dass wir uns nicht verlaufen haben, sondern, da oben, ja, gegenüber auf der linken Seite, Leute, da steht er und thront auf seinem seltsamen Kristallbalkon, da wollen wir also einmal hoch, und dann sind wir auch schon durch, gucke hier, Schild Wellens, Junge, ja, der hat sein Schild aber vergessen, so viel Schaden wie der bekommt, ne, was ist da denn los, Junge, ich pull ihn mal, putz, Schild in die Schnauze, das war mal ein Schild Wellens, habt ihr das gesehen, Freunde, ja, wunderbar, na dann, ran an den Speck, und mal gucken, was der Drehnall Prophet sozusagen hat, die Horde rennt, durfte ich gestern in Hannover live hören, Hegi Konzert, geil, will ich mir irgendwann auf jeden Fall auch mal gönnen, absolute 11 von 10 das Konzert, sind ja auch einfach viele Nerds, die dann rumschreien, ne, sehr geil, Leute, schön, geht seddy, zum Erfolg, wer noch Bock hat auf ein Foto, mache ich immer ganz gern, hat was Stylishes, finde ich, gerne einmal nach Dalaran kommen, Legion, ich denke, viele von euch haben den Dalaran-Ruhestein im Gepäck, dann zieht den gern, und dann machen wir noch so ein Foto mit den Schwarzbären-Mounts, wenn ihr Bock habt, ja, manch einer nimmt sich das dann auch gerne als Erinnerung, als Twitter-Header oder wie auch immer, und dann haben wir das quasi auch noch mit drauf, ist ja immer ganz schön, nochmal zu sehen, was wir gerade auch geschafft haben, ne, das war doch ganz fabelhaft, und vor allem wieder zügig und problemlos, ja, so haben wir das ja am liebsten, Leute, vielen Dank fürs Mitkommen, und dann könnt ihr es jetzt ja am besten auch im Stream sehen, lasst mich gerade gucken, dass ich auch das richtige Mount finde, so, und dann möglichst so ein bisschen, im Halbkreis um mich rumstellen, ihr seht es ja dann im Stream, ob ihr zu sehen seid oder nicht, ob wir so auf Lücke oder wie auch immer, und dann gucken wir, das soll noch ein schönes Foto machen, ne, in Dalaran noch im Kreis rennen, genau, ne, Jan Hegenberg begleitet mich auch schon sehr, sehr lang, musikalisch, persönlich wäre ein bisschen creepy, aber musikalisch, und auch Silvester oder so bei dem Suffabend mit den Jungen, es war für die Horde, beziehungsweise die Horde rennt immer in der Playlist, ja, das musste sein. Wo hast denn das Schild her? Irgendwo Argus nehme ich an, ähm, das ist vom Erfolg, Kommandant von Argus, da musst du alle Rares, beziehungsweise seltenen Begegnungen, oder worunter man das jetzt verbucht, machen, und dann bekommst du so ein Waffenarsenal, mit Schilden, Schwertern, und wirklich coole Sachen, also wer im Rahmen von Legion noch nicht farmtechnisch ausgelastet ist, äh, mit Hinblick auf Artefakte und Co., kann ich sehr empfehlen, Kommandant von Argus gibt auch diese Schwerter hier zum Beispiel, ja, ich glaube, die haben sogar eine kleine Animation, wenn wir jetzt einen Moment warten, glaube ich, da wirbelt sogar noch ein bisschen was rum von diesen Naru-Teilen, oder habe ich das geträumt? Sei es drum, auf jeden Fall fette Klingen, ja, gibt es dann auch in der Einhandvariante, und diese Schilde eben, also, wirklich eine coole Nummer, ja, Kommandant von Argus, na, guck mal, da stehen sie, in Reihe und Glied, atmen den Hauch des Todes vorne, sehr, sehr cool, ich reite noch mal raus gerade, ich reite noch mal raus, mach die Lücke gerne voll, dass ich euch einfach mal alle habe, kann sich da, wo ich stand, noch jemand hinpflanzen, und dann stehe ich mich hier so rüber, dann haben wir das einfach noch mal drauf, muss ich nur mal so ein bisschen, ja, schön die Lücke schließen, jawohl, ja, jetzt die Frage, wer macht die Lücke jetzt zu, und dann vielleicht genau, von der Mitte aus, ja, na, das sieht doch gut aus, guck mal, das sieht doch gut aus, einwandfrei, Leute, schön, sehr schön, sehr schön, vielen Dank, für diese wunderbare Runde, ah, guck mal hier, haben sogar Publikum, nice one, geht's set, zu euren wunderbaren Mauns, geht's set, zum Erfolg, und, schön gemacht, kann man nicht anders sagen, sah wunderbar aus, und, von vorne bis hinten, kein verloren, alle rangeportet, sehr schön, sehr schön, sehr schön, ja, wäre es aus Gründen, flackert mein Monitor wiederum, Frechheit, wenn aus Gründen, jemand nicht mit aufs Foto kam, weil DC oder sonst was, einfach beim nächsten Mal dazu schmuggeln, ne, kann ich ein Duell haben, nee, du, ich bin kein PvPler, und das ist mein Tank, also, äh, nee, fühle ich nicht wirklich, Dankeschön, für die wunderbare Runde, was sagt denn die Zeit, was sagt denn die Zeit, ja, ich würde sagen, wir machen noch eine Kriegsfront, oder, noch eine fixe Kriegsfront, und dann spielen wir eine Runde, die Gartik-Phone, ähm, Frage ist nur, mit wem ich mitkomme, ich glaube, mit einem Hexy, weil vorhin war ich mit dem, äh, vorhin sag ich schon, beim letzten Mal, meine ich natürlich, war ich mit einem Priester, glaube ich, oder? War es andersrum, ey, ich hab nur drei Stoffis, aber selbst die reichen, um mich durcheinander zu bringen, GG, Jan ist so unfassbar auf dem Boden geblieben, finde ich, er hat persönlich im Besuchern Stempel, Eintritt auf die Hand gedrückt, und kurz geschnackt, wenn man wollte, ah, das ist ja auch mega cool, wow, ja, finde ich super, sehr cool, und er ist ja auch einfach ein, ich meine, gut, wird auch Leute geben, die das anders sehen, aber er ist einfach ein sympathischer Dude, ne, und, immer gern am Start bin ich, wenn da was los ist, ja, okay, Hexy, wir machen uns rüber, wer bei der Kriegsfront mit möchte, der ist natürlich herzlich eingeladen, ja, ihr braucht einfach nur einen Hordler, der muss Stufe 60 sein, und dann, äh, werdet ihr definitiv eure Freude haben, weil diese Kriegsfront ist alles, nur nicht schwer, also sehr, sehr gnädig skaliert, ja, und dementsprechend könnt ihr euch da einfach in die Gruppe hauen, und ein bisschen Erfolge, Marken für Reittiere, oder ein bisschen Temok-Gelöt abstauben, ja, das ist zumindest der Plan, so ein Ding ist das, Devil Bride, was geht, hi, dieses Wasser-Mage-Mount ist ultra selten, ne, nicht ultra selten, das ist eins der Mounts, die früher quasi bei einem mythischen Endboss droppen konnten, und wenn der Content dann nicht mehr aktuell ist, dann sinkt ja diese Drop-Chance von 100% auf einen, ja, und das ist bei diesem Tierchen auch so, deswegen haben das eigentlich viele, die das quasi seinerzeit aktiv gefarmt haben, aber die, die es jetzt nachfarmen wollen, haben so ein bisschen die Arschkarte, ja, es wurde dann von der Drop-Chance her ein bisschen selten, könnte man sagen. Stellst du das Bild dann auf Twitter, oder wo ist das zu finden? Ich denke ja, ich denke ja, auf Twitter bestimmt. Wenn ich den unteren neuen Follower lese, bin ich am überlegen, ob ich das lustig finde, oder lieber das FBI anrufen soll. Damn, ja, kann gefährlich sein, ne, auf Twitch, Twitter, YouTube, WoW-Namen und Co. zu achten, hin und wieder, kann das dann gedanklich nach hinten losgehen, da. Obacht ist geboten, Miba, Hallöchen. Danke für den Städte-Raid, konnte sogar am Portal zwei von den Allis killen, habe somit auch mal zwei PvP-Kills abgestaut. Siehste, Siever, geht nach vorne mit den Kills, sag mal. Okay. Quest ist da, das heißt, der war noch nicht und Kriegsfront ist demnach auch aktiv. Jawohl, Arati, Freunde, fühlt euch frei, organisiert, benutzerdefiniert, Gruppe LOL, L-O-H-L und dann wieder serverübergreifend. Ja, hier drüben, in diesem Kabupf, steht die Händlerin für die Marken. Da kriegt ihr Mounts, da kriegt ihr T-Mock, da kriegt ihr Pets. Könnt ihr euch alles hier maximals gönnieren. Lohnt sich. Und auch so gibt es, wenn ihr die Quests habt, ja, immer zwei Loot-Teile, die jetzt natürlich auf T-Mock-Basis noch sinnig sind, wenn wir das Ding erfolgreich abschließen. Und das werden wir tun, denn die Kriegsfronten sind, wie gesagt, so gnädig skaliert, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht zu schnell sind. Ja, soll heißen, diese Kriegsfronten arbeiten mit bestimmten festen, ich sag mal, Sätzen, die wir quasi erfüllen müssen. Ja, jetzt nicht Sätze, die wir sprechen, sondern so ein Tagessatz, den wir voll machen. Und darum achtet bitte bei allem, was ihr tut, auf die rechte Seite. Da stehen nämlich die Ziele. Und die müssen wir unbedingt erfüllen, bevor wir den Endboss platt machen. Ja, wir werden jetzt erst eine Basis erobern und dann werden wir diese Basis ausbauen und währenddessen den Kampf nach vorne treiben, also Basen einnehmen und, und, und. Macht da das, was ihr am besten findet, aber kommt bitte immer wieder zurück zur Kriegsfront-Basis, ja, weil da müssen wir unsere Gebäude ausbauen mit den Ressourcen, die ihr geplündert habt, beziehungsweise steht da auch eine große leuchtende Kiste in der Mitte der Basis und die könnt ihr regelmäßig anklicken und da sind automatisch generierte Ressourcen drin. Ja, also jeder immer mal zurückkommen und dann quasi, äh, ja, diese Kiste abholen. Mindestens ein Gruppenmitglied ist als Deserteur markiert, Freunde. Wer auch immer als Deserteur markiert ist, der könnt ihr dann leider nicht mitkommen. Denjenigen würde ich dann bitten, rauszugehen, es sei denn, es ist jetzt nur noch eine Minute, Debuff oder so, aber mit Deserteur markiert kann man leider nicht in solch instanzierten Sachen mitmachen, da man dann nicht, äh, ja, die Anmeldung durchbekommt. Ne, das heißt, wir haben nochmal ein Plätzchen frei und da ist einfach unser Warrie gleich reingesprungen. Jawohl, dieser etwas andere heldenhafte Sprung und dann probieren wir das gleich nochmal. Schön, diesmal hab nicht ich verschissen. Wie beim LFR gestern, ne? Diesmal war es wer anders. Schön. Mit 925 kann ich dann mit meinem Alicja bei deinen Runs auch mitkommen. Ihr macht ja benutzerdefinierte Gruppe, meldet dann aber LFR, das soll ja nicht fraktionsübergreifend gehen. Genau, das fängt davon ab, was wir dann letztendlich machen. Ja, auch nicht alle Raids sollen da ja gehen, das Saalor, was wir zumindest jetzt noch häufig rennen zum Beispiel, ist generell ausgeschlossen, weil wir in dem Raid auch nochmal so eine Art kleinen Fraktionswechsel haben, um dann die Schlacht aus beiden Seiten zu erleben. Man haut ja als Ali dann nicht Jaina um, sondern kriegt so ein Hordenkostüm und bekommt das quasi spielerisch nacherzählt und da haben sie von Anfang an gesagt, ja, so ein paar Sachen werden ausscheiden, aber wir werden gucken, in welchem Rahmen das System dann quasi jetzt ja anfänglich auch erst reinkommt und wie wir das nutzen können und dann machen wir uns einen Plan. Vielleicht ändert sich das auch noch fünfmal, bevor es dann passiert und dementsprechend hoffe ich einfach das Beste, dass wir da auch schon mit den ersten Schritten, bevor sie es dann weiter ausbauen, gut gemeinsam vorankommen. Guten Abend, Craft. Ist es hier Aufwand, einen neuen Schal im aktuellen Content zu spielen beziehungsweise von Season 1 aufzuschließen? Nö. Also ist jetzt noch wer rausgegangen? The fuck? Okay, schade. Da hätte natürlich wer anders hier einen Platz haben können, aber vielleicht war es jetzt auch irgendwie ein DC-Notfall. Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Hoffen wir das Beste. Und es ist der letzte Patch eines Addons. Da ist sowieso mit Aufholmechaniken und Co. noch ordentlich um sich geworfen worden. Ja, du kannst jetzt für Anima, also die Ressource in Shadowlands, schlechthin, die du überall hinterhergeschmissen bekommst, siehst du hier an meinem Gear in Seret Mortis, der neuen Zone, für 500 Anima pro Teil, was wirklich beim aktiven Farm nichts ist, ja. Dich komplett auf 226 Basis-Item-Level pushen. Das reicht für die ersten M0er, das reicht für ein LFR, das reicht, um sich ein Vierer-Set zusammen zu suchen und, und, und. Du hast Aufholmechaniken für Torgas, so du mit der neuen Ressource kosmischer Flux bei der neuen Fraktion in Seret Mortis komplett Torgas skippen kannst, ja. Weil du dann diese neue Währung gegen die alte tauscht und so. Also, wenn du aktiv spielst, dann ist jetzt dieses Ende von Shadowlands quasi gnädiger fürs Wiedereinsteigen oder Aufholen als alles zuvor, ja. Es ist nicht geschenkt, es ist nicht, dass du einloggst, mit den Fingern schnippst und sagst, okay, hier bin ich, wo ist meine Kiste mit Items, ja. Aber wenn du sagst, du hast Bock und du suchtest dann auch gut rein, dann ist das deutlich einfacher möglich als noch vor einigen Monaten, ja. Absolut. Aber komm jetzt nicht auf die Idee, sie war Bock auf PvP, ja, hätte ich jetzt auch eingeladen zum Duell vor OG, ne. Gar kein Ding. Karzin OG in WB, hast du noch einen Platz in der Gilde? Ja, ich glaube, einer ist noch frei, ne. Also, gib mir den Scharnnamen und dann hau ich nochmal einen Invite raus. Gar kein Ding. Freunde, wir erobern jetzt unsere Basis hier und dann, wie gesagt, ein bisschen verteilen. Ja, wer pushen will, kann pushen, nur nicht zu weit, ja, bei diesen großen Belagerungstürmen sollte Schluss sein. Auf der Seite dort drüben ist die Mine, da gibt es Eisen, auf der Seite gegenüber gibt es Holz, da ist das Sägewerk. Beides brauchen wir, wie gesagt, zum Festungsausbau, deswegen schauen, dass wir so ein bisschen verteilt stehen und, wie gesagt, die rechte Seite mit den Zielen im Auge behalten. Den finalen Push Richtung Türme, Richtung Mauer der Gegner, den machen wir dann, wenn wir drei Belagerungsfahrzeuge haben, ja. Ja, sobald drei Fahrzeuge rollen, können wir also nach vorne pushen. So, dann kopiere ich gerade mal noch deinen Namen. Warte, gibt mir eine Sekunde. Warum geht das jetzt nicht? Raste aus. Auf der einen Seite Invite, auf der nächsten am Kopieren und nichts von beiden läuft. Aber warte zumindest, das kriegen wir jetzt gerade hin. Jawohl, gucke, was lange währt, wird endlich Invite. Schön. Ich hatte gestern auch einen komischen Typen im Key. Warte, ich hole mir nur meine Axt. Dann kommen wir zu der schönen Key-Geschichte. So, jawohl. Dann können wir nämlich Holz sammeln hier. Mit einem Namen, der irgendwie Mäh war. Normalerweise hätte ich den nicht gemeldet, weil, was soll's. Aber dann war der auch noch nervig wie die Pess und meinte, weil er mit einem 2,5K-Dudu in einer 5er-Gruppe im Key war, einen auf, ich sag hier, wo es lang geht, ihr Plebs machen zu müssen, Gruppen zu pullen, die ich auf meiner Route überhaupt nicht gebraucht hätte, hetzen zu müssen, etc. Ja, dann eben so, Sportfreund. Ich bin nicht dein Sportfreund-Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel, Bruder. Die Geschichten. Ja, ich meine, so ein Joke kann immer erst mal ein Joke sein. Ja. Man muss dann natürlich mit gewissen Reaktionen rechnen. Man geht da durchaus ein Risiko ein. Ja, das ist einem, denke ich, heutzutage oder schon seit längerer Zeit dann klar, dass man das tut. Und darum sollten einen da auch gewisse Folgen nur bedingt überraschen, nehme ich an. Und das kann man dann individuell je nach Situation natürlich bewerten. Ja, das ist ja irgendwo auch höchst subjektiv, möchte ich meinen, wie man gewisse Jokes und nicht einordnet. Aber wenn dann noch so ein richtig nerviges bis asoziales, wie fasst man das zusammen? Attitude. So eine richtige Art und Weise, so ein richtig weirdes, unangenehmes Mindset dazu kommt, dann kann das natürlich die Entscheidung begünstigen. Nur halt nicht für den Dude. Oder eben lenken in eine gewisse Richtung. Und das kann einen dann durchaus auch mal eher bewegen, zu sagen, Kollege, so irgendwie nicht. Und das will man auch der nächsten Gruppe nicht zumuten. Und die einfachste Art und Weise, dir das klar zu machen, ist vielleicht einfach mal kurzzeitig einen Stecker zu ziehen oder Papa Blizzard auf die Finger hauen zu lassen. Und dazu ist dieses System letztendlich ja auch da. Da muss man sich dann, denke ich, auch nicht irgendwie doof vorkommen oder sich dann auch rechtfertigen oder so. Wenn das in der Situation eben so war, dann sind diese Funktionen genau dafür da. Sag dir ich Funktionen? Ja, eine Faktion, alle. Let's go. War so ein geiles Feature, die Kriegsfront. Voll Warcraft 3, hätte man auch einiges rausholen können. Ja. Gerade wenn die Gebiete immer dynamisiert wären, erzählen die aber blöderweise immer noch viele Orts vom Tsunami durch Todesschwinge. Ich meine, auf der einen Seite kann man es verstehen, dass man irgendwie nicht alles immer aktualisieren kann. Sonst hätten wir gar keine neuen Features in einem Add-on, sondern immer nur Weltüberarbeitung. Da kann man sich dann streiten, ob das eine an sich geile Sache wäre oder auch in diesem Paket noch eine geile Sache. Aber wäre natürlich trotzdem super. Wer weiß, vielleicht mit Microsoft, mit mehr Finanzen im Rücken, mit vielleicht auch größeren Teams, kann man sich da während so einer Entwicklung auch noch drum kümmern und muss sich dann nicht nur auf Pakte, Torgas und Co konzentrieren. Darf man gespannt sein, was Dragonflight jetzt mit der Rückkehr nach Azeroth, wo sie bewegen wird. Aber davon abgesehen, bin ich ganz bei dir. Also da ist eine Menge Luft nach oben. Und auch Kriegsfronten an sich als Feature fand ich super interessant. Hätte man auch viel mitmachen können. Und ich war zum Beispiel auch Freund von Insel-Expeditionen. Also ich habe es geliebt. Gerade als Farmer wünsche mir nach wie vor für Torgas so einen ähnlichen Loot-Pool, um da einfach ein bisschen reinsuchten zu können. Und dann hast du den Flügel eben fertig und es ploppt nicht nur auf, hier sind fünf Seelenasche, sondern es ploppt eben auf, jo, hier ist noch ein Mount und hier ist noch ein Recolor T-Set, ein altes und hier ist noch ein Haustier und hier ist noch eine Waffe und, und, und. Das wäre halt einfach tausendmal geiler. Aber irgendwie, ja, sage ich immer, in Shadowlands und auch bei einigem, bei einigem davor habe ich so das Gefühl, dass sie eine echt geile Idee hatten und sie waren dabei, die wirklich gut zur Ziellinie zu tragen und irgendwo auf halber Strecke haben sie diese Ideenkugel fallen lassen. Ja, und dann dachten die, hier liegt eigentlich auch ganz gut, ne. Dabei hätte es so geil sein können im Ziel. Aber nö, ab und zu dann mit den Zwischenpatches kam nochmal einer vorbei, hat so ein bisschen gegengetreten, ja. Mal rollte die Kugel dann Richtung Ziel, mal rollte sie wieder Richtung Anfang, aber irgendwie die so richtig das geworden, was es hätte werden können, das finde ich schade. Also viel, viel Luft nach oben, ja. Und das ärgert mich ein bisschen. Deswegen hoffe ich, dass sie das mit Dragonflight irgendwie noch ein bisschen geiler unter einen Hut bekommen, ja, ein bisschen schöner verpacken. Und auch aus diesen ewigen Baustellen könnte man ja fast sagen, wenn man sich auch anguckt, wie sich Torgas verändert hat oder auch Inseln, ne, mit diesem Münzenhändler, der dann kam und so. Ja, dass sie da vielleicht ein bisschen früher die Reißleine ziehen, ne, oder sowas eben von Anfang an reinpacken. Auch Shadowlands wurde ja anfänglich eigentlich beschrien als super Twink-freundlich und so weiter und so fort. Ja, am Arsch. Wenn wir mal gucken, wie lange das gedauert hat mit Ruhmstufen, aufholen, ja, und freiem Levelsystem und, äh, was hatten wir jetzt noch? Das Twink-Gear, ja, ganz easy für Anima, Inseret Mortis und so ein Bums. Paktwechselbeschränkungen und all so ein Kram, ja, also heilige Scheiße. Und da freue ich mich sehr auf Dragonflight, wo sie ja auch schon gesagt haben, als die Frage im Interview kam, jo, was wird denn jetzt alles accountweit? Da meinten sie ja, sinngemäß jetzt, ne, die bessere Frage ist, was wird nicht accountweit, ne, und das ist absolut die Scheiße, auf die ich Bock habe, weil auch das bremst mich momentan immer wieder mit jedem Char. Ja, nicht nur Torgast-Rennen, das könnte ja mit der Torgast-Idee von eben und dem Loot-Pool sogar noch ganz geil sein, ne, weil mit wem du das jetzt farmst, ist ja Jacke wie Hose, dann kriegst du nebenbei das Lego, aber, ne, du musst auch noch dieses Rezept irgendwie kriegen, ja, wo du dann auch Aufholmechaniken hast, die jetzt mit Seret Mortis erst okay wurden, ne, und dann brauchst du auch noch so ein Basistoken von einem Beruf, dass du dann sauteuer im Aha kaufen kannst oder du levelst den Beruf hoch, ja, viel Freude damit, ne, und das ist auch irgendwie für mich jetzt zumindest eher bremsend als motivierend, weil selbst das, was dabei irgendwie erleichtert oder accountweit wurde, ja, das kann man dann mal machen, aber ich spreche jetzt natürlich auch als spezieller Fall, als Viel-Twinker, ja, und faule Socke, Lul, da kann man mich absolut nicht mit begeistern, ja, wenn ich dann die Preise im Aha auch sehe. Andere sagen wiederum, ey, super geil, gerade die, die dann diese Preise nicht bezahlen, sondern das Gold, das dann in deren Tasche wandert, sehen, deswegen muss man natürlich als Entwickler auch gucken, wie man da alle Seiten irgendwie bedient, auch da bin ich gespannt auf Dragonflight, ne, wo man dann ja einen Meisterhandwerker suchen kann, startet quasi so einen Arbeitsauftrag und der kann den dann voll machen, jetzt mal ganz simpel dargestellt aus den ersten Infos, die wir da hatten, ne, so, dass das dann ein bisschen mehr Hand in Hand geht, aber für mich wäre eben wirklich jetzt mein Optimalfall wäre, ich logge ein mit einem Char, auf den ich Bock habe, mit dem spiele ich Torgas, habe die Chance auf super viel geilen Loot, ja, sodass ich auch wirklich mit diesem Char am Ball bleibe und nur über Torgas schalte ich dann mein Legendary frei, am Ende eines Farms, der von mir aus Wochen gehen kann, aber dieses ganze Drumherum jetzt auch immer noch am Ende, Junge, das bremst mich so sehr und lässt mich auch viele Chars dann irgendwie, auf die ich eigentlich Bock habe, ja, so an den Rand schieben, weil ich denke, ja, du hast jetzt vielleicht sogar Vierer-Set über LFR, du hast die Kampagne nochmal gespielt, du hast jetzt den Paktgürtel, ja, aber dann wieder so ein Token kaufen und hier noch eine Schrift und ich bin halt generell auch kein Berufsfreund, ja, damit kann man mich eh nicht ködern, das kommt natürlich auch erschwerend hinzu, deswegen habe ich da sowieso so im Grunde schon kein Bock drauf, ne, auf das System, aber das schreckt mich einfach ab, ja, und das fände ich schade, weil im Grunde ist es keine große Änderung und so Dudes wie mich, bin ja nicht alleine mit diesem viel Twink'n und Co., die würde man damit, bilde ich mir ein, recht zügig abholen können, ja, weil was wir wollen, ist looten und leveln und das auf relativ entspannt, möglichst ohne alle drei Sekunden ein Item woanders herholen zu müssen, ja, aber das kann, wie gesagt, jeder herzlich anders sehen, das weiß ich ja mittlerweile sogar, ne, dass wir da viele unterschiedliche Meinungen haben, was denke ich an sich gut ist, was es aber glaube ich auch nicht einfacher macht für die Entwickler, um dann zu gucken, äh, wo setzen wir jetzt an, ne, und wo wollen wir am Ende rauskommen mit diesem System. Krav versetzt du von dieser Taktik für den zeitlosen Protodrachen, Char auf Level 30 leveln, Kriegsmodus anmachen, bei Chromie eine andere Zeit wählen, nicht Kata oder Vodka und täglich mit dem Char dann einmal die Route abfliegen, boah, da musst du dann aber wirklich einen sehr toten Server mit einem sehr, sehr totem Phasing erwischt haben, die Chance ist auf jeden Fall da, so habe ich ja meine Kamelstatuette in Uldum gefarmt für dieses Kamel-Mount und den Treiber-Titel, aber der Zeitverlorene hat nochmal einen anderen Stellenwert in der Community als ein Kamel, ne, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob du mit einmal so rumfliegen dann auf einen grünen Zweig kommst, aber ich denke, es ist auf jeden Fall besser, beziehungsweise du hast auf jeden Fall höhere Chancen als wenn du es jetzt auf deinem vollen Server ganz normal machst, ja, da kann man über Phasing oder auch über Test-Chiles zum Beispiel, ja, über Chromie-Time und so ein Bums kann man eine Menge rausholen, ja, wir haben gefühlt, so viele unterschiedliche Layer beziehungsweise Phasings sind noch nie zur Verfügung, wie du gerade sagtest, Kriegsmodus an-aus, ja, oder eben Chromie-Time, ganz unterschiedliche Phasings und das kann auch beim Farmen von Rare-Mobs begünstigend sein, deswegen ist es definitiv einen Versuch wert, ja, ich kenne aber die allerwenigsten, die den so bekommen haben, die meisten haben wirklich super ekliges Camping durchgezogen, was aber nicht heißt, dass deine Strategie unmöglich ist, ne, im Rahmen dieser Strategien ist es, denke ich, eine der besten, die wir haben können. So, Leute, Katapulte sind da, Verwüster wurden gebaut, das heißt, wir können vorrücken, Vorsicht, bitte nicht davor in das Tor stürmen, solange es nicht zerstört wurde von unseren zeitnah vorrückenden Maschinen, weil die Magier der Allianz, die stehen da quasi wie Kanonen auf der Borgmauer und die werden euch sehr schnell zerlöten, deswegen schön hinten bleiben, Basis einnehmen, die Verwüster das machen lassen und dann rein stürmen, wenn das Tor quasi in Schutt und Asche liegt, ja, easy going. Natürlich wäre es nicht toll, wenn immer die alten Gebiete recycelt werden, aber irgendwie ist es auch schade, dass die gesamte alte Welt einfach vergessen ist und man die ganzen Gebiete gar nicht mehr kennenlernen, weil alle so fix durchleveln. Ja, auch beim Levelsystem, finde ich, haben sie viel gut gemacht, ich finde Chromie Time zum Beispiel ist an sich eine super Sache, ja, aber auch das Level Tempo gleicht sich da sehr schwer mit an, das war ja auch immer schneller und einfacher und hier noch und dann schaffst du es irgendwie gerade so eine Zone durchzukriegen und ist alles nicht optimal. Ja, ist, würde ich sagen, auf einem guten Weg, ist auch wieder vielleicht vergleichbar mit dieser Kugelgeschichte, ja, so halbe Strecke, aber ist auch noch nicht ganz da, wo es die Spieler, glaube ich, am besten finden und wo auch die Entwickler hinwollten, aber der eingeschlagene Weg ist, denke ich, erstmal ein guter und darauf kann man hoffentlich, ja, auch in Zukunft noch aufbauen. Ich persönlich bin von der Idee, dass Dragonflight eben nicht mit dem großen Ganzen spielen will, sondern plötzlich wieder, wir sind Entdecker, die Story sein soll, nicht so begeistert. Seit fast 20 Jahren arbeiten wir auf den intergalaktischen Supermächte Space Disco-Krieg hin und nun kommen sie mit, ja, nee, kein großes Böses, einfach was erkunden. Ja, anfangs zumindest, ne, also da hatte ich auch am, am Anfang der Diskussion, nach den Trailern, Mühe und Not, einige da abzuholen, aus ihrer, ich bin jetzt wieder Entdecker im Goldhain-Bubble, ne, und sie sagte, Freunde, der Kosmos ist nicht weg, ja, wir sind nur einen Gnoll-Propheten mit einer seltsamen Old-God-Schrifttafel oder einen durchdrehenden Drachen davon entfernt, Xalatas und Co. wieder herzuholen, weil irgendwer noch mehr Macht will oder, oder, und da sind unsere Drachen auch Experten, ne, insofern denke ich, dass das nicht weg ist, das wäre wirklich sehr, sehr weird, ja, das wird sehr schwierig, das denke ich, so zu verpacken, weil das war ja auch immer mein, mein Top-Grund, schlechthin zu sagen, wir kriegen so ein Addon nicht, weil, was wäre das für ein weirder Cut, wir lernen jetzt von den Schöpfern und den Gefahren des Universums und dann sagen wir, juhu, ne Dracheninsel, ja, WTF, ne, also, da fuck, was ist das denn für ein Übergang, ja, gar keiner, ne, und deswegen denke ich schon, dass das früher oder später wieder hochkochen wird, diesmal nur noch subtiler, vielleicht finden wir nicht mal ein Tagebuch im ersten Patch, was das folgende spoilert, ne, wie das Tagebuch hier, dieser Bericht der Schreckenslords Anfang Shadowlands oder zu BFA, dieses Traumtagebuch von Ogmod, was die gesamte Silvanas Story vorhersagte und so weiter, sondern es ist noch subtiler, noch ein bisschen unterschwelliger, aber es wird da sein, sie haben ja zum Beispiel auch nicht viel gesprochen von der Bedrohung im Draktürstaatgebiet, wollten sie nicht spoilern, die Draktür erschaffen vom damals noch unverdorbenen Todesschwinger, also Neltarion, dem Aspekt der Erde, als Elite-Soldaten, die eine bestimmte Bedrohung abwehren sollten, also eines der damals mächtigsten Wesen hat Soldaten erschaffen, weil es Angst hatte vor einer Bedrohung, war das schon die Lehre, haben wir die in deren Startgebiet und besiegen die quasi und sagen dann, ja, ja, da kommt nichts mehr, so nach dem Motto, aber wir wissen dann, hm, Blizzard, ja, ja, da kommt nichts mehr, das war nur von der alten Zeit, so eine Vision, ja, ja, könnte sein, also als Beispiel, wo das überall Hochkochen, überall integriert sein kann und ich hoffe, ich hoffe, ähm, dass das irgendwie in eine Richtung geht, die das sehr gut ausbalanciert, vielleicht sogar den Kosmos kurzzeitig nach hinten stellt, aber ihn eben nicht völlig vergisst, weil da bin ich voll bei gnollet, das wäre irgendwie seltsam, auch im Rahmen dieser, wenn man es so sagen will, Vorarbeit, ja, dieses Ganze auch Kreislauf durchbrechen, was, äh, Sauerfang letztendlich wollte und was ja auch so ein bisschen Richtung Fraktionszusammenschluss geht zum Beispiel, muss ja nicht immer auf die kosmische Ebene eben ausgedehnt und dahingehend interpretiert werden, aber an sich, äh, ja, klar, bin ich auch großer Kosmos-Fan und glaube, mit Dragonflight haben wir auch genügend Chancen, den irgendwie wieder zu sehen, ohne dass er in your face mäßig uns direkt nach Serret, äh, Serret Lumina oder was weiß ich bringt, ne, wie die anderen hießen, hab ich schon wieder vergessen, ha, 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 Serret Umbra war, glaube ich, Schatten für die Leere und so was, ne, also, das wird ein bisschen dauern, aber weg ist es nicht. Ich erinnere mich noch daran, wie ich zu BFA, das Platten-Elite-Kriegsfront-Set gefarmt habe, weil ich es immer noch sehr schön finde, ja, auf beiden Seiten, absolut, wo mir nur die Handschuhe gefehlt haben. Ich circa dreimal pro Woche reingegangen bin und bei jeder, wem anders eben jene Handschuhe gedroppt sind, bis ich sie nach circa zwei Monaten bekommen habe. Mepo, hi, so ging es mir auch mit meinem Schild, was ich dann zum Glück nach zehn Runs oder so jetzt on Stream dann bekommen habe, aber holy shit. Mal sehen, ob ich jetzt meine Schuhe ziehe. Bin gespannt. Das sind die Falschen, oder? Es sind die Falschen. Äh, das sind doch die Schuhe. Oder sind es die Falschen? Oh nein, dann brauche ich die aus der HC-Kiste, oder wie differenzieren die sich? Äh, Sandalen des eidgebundenen Konstrukteurs. Hm, oder brauche ich wirklich nur die vom PvP-Set? Ne, oder? Das war nicht PvP, das war Quest. Warte, ich gucke nochmal. Äh, Gewandung, Gladiator, Kriegsfront, Kriegsfront-Quest. Ja, es sind die Blauen, ne? Äh, es sind Schuhe, aber es sind irgendwie die Epischen. Ja, das ist auch episch, bin sehr verwirrt. Wo kriege ich denn die dann her, wenn nicht aus der Kiste? Von einer normalen Quest an der Kriegsfront, oder was? Hä, das sind doch die Schuhe. Sandalen des eidgebundenen Konstrukteurs. Bin sehr verwirrt, muss die anlegen. Nö. Hä? Du glaubst, du hast meine Schuhe? Als Plattenträger? Ja, bin ich aber verwirrt gerade. Hör mal, was soll das denn jetzt? Gönnt mir doch mal die Schuhe, Blizzard, ich raste aus. Fenris, Hallöchen. Jetzt war noch einer im Plus geballert, und dann geht's in Pummelparty. Ich hab keine Ahnung, was mich bei dem Namen des Spiels erwartet. Du wirst Spaß haben. Das kann ich fast garantieren. Das kann ich schon mal spoilern. War ja auch immer mal in den Mad Moments dabei. Kann man sich mal gönnen. Asher, mit dem zehnten Monat. Vielen Dank. Dankeschön. Die blauen, sagt ihr, sind von den normalen Dailies? Ja? Ah, freu dich. Ich meine, ist jetzt nicht so schlimm, weil wir machen ja eh die Kriegsfronten. Die machen wir ja nicht wegen meinen Stiefeln, sondern weil viele von euch sich das gewünscht haben, und gerne auch hier die, die Mounts farmen wollen. Denkt dran, hier für die Marken. Deswegen ist das jetzt nicht so schlimm, aber... Großes, Großes an der Stelle. Ja, Freunde, trotzdem vielen Dank für die Runde. Ich hoffe, ihr habt viele, viele fabelhafte Sachen bekommen. Wir machen dann jetzt gleich weiter mit unserem Wunschgame für heute, nämlich einer Gar-Community-Funde... Funde... Die habe ich auch, die Community-Funde, aber einer Community-Runde Gartik-Phone. Jawohl. Das wird unser Abschluss für heute sein, bevor wir dann ab ca. 21 Uhr in Detroit wieder unterwegs sind.